Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Gene Kuhn, Bijou Trimble, Harf Bennett, Nicholas Meyer, Michael Piller. Das sind ein paar von den Namen, denen man völlig zu Recht nachsagt, dass sie Star Trek gerettet haben. Ja, aber weitaus weniger bekannt ist ein anderer Name, denn heute erzählen wir euch in diesem Track am Freitag von einem weiteren dieser großen Namen. Ein Name, der in den USA eine Legende ist und in Deutschland nahezu unbekannt. Der Name einer Frau, die Star Trek nicht einmal, sondern sogar zweimal rettete, Lucille Ball. Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode, aber heute gibt's eine Sonderfolge. Ihr hört Track am Freitag. Hallo und herzlich willkommen zum 25. Track am Freitag. Ein ganz besonderer Track am Freitag, sage ich bei jedem Track am Freitag, aber diesmal ist es besonders, besonders. We love Lucy, Sebastian. Liebst du auch Lucy? Lucy. Ich liebe Lucy. Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht so richtig, wer Lucy ist, aber ich habe immer mehr über sie erfahren und mittlerweile kann ich sagen, I love Lucy. Und ich glaube, wenn du auch sagst, you love Lucy, dann kann man sagen, we love Lucy, oder? We love Lucy. Ja, das Lustige ist, bevor wir da gleich richtig einsteigen und euch erklären, was denn we love Lucy mit Star Trek zu tun hat, ist, dass ich, ich weiß schon seit Ewigkeiten, dass die Original-Star-Trek-Serie von einem Studio namens Desilu produziert wurde. Ja. Und das Peinliche ist, ich weiß erst seit diesem Jahr, was es damit überhaupt auf sich hat. Ach, du hast auch nicht diese Namenszusammensetzung? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung, warum das Studio Desilu heißt. Und ich bin mir sicher, dass es einigen da draußen genauso geht wie mir. Auch tatsächlich Leuten, die Star Trek lieben und sich gut auskennen. Wir haben das vielleicht schon mal gehört, dass das was damit zu tun hat. Aber ich glaube nicht, dass die so tief im Thema sind. Und als der Sebastian, also du, lieber Sebastian, ja, mit dieser Idee ankamst, dann dachte ich erst mal, was, was willst du, was, we love Lucy? Wir machen noch einen Star Trek Podcast und kein We Love Lucy Podcast. Was ist jetzt in den Gefahren, ja? Ist der noch zu retten oder so? Und dann fiel es mir tatsächlich wie Schuppen aus den Augen und Ohren und Haaren und dachte, ja, natürlich deswegen. Deswegen, genau. Und was das für eine Geschichte ist und wie sehr das mit allen möglichen Sachen zu tun hat, mit Hollywood, mit Fernsehen, mit überhaupt der Mediengeschichte, mit Rise and Fall, mit Tragik, mit Liebe, mit hast du nicht alles gesehen? Irgendwie ist das eine Geschichte, die hat alles, oder? Das ist tatsächlich eine Hollywood-Geschichte, ja. So wie sie Hollywood schreibt. Und ich finde, es wird allerhöchste Zeit, dass das mal aufgearbeitet wird hier in Ruhe. Ja, und vor allen Dingen natürlich auch die Verbindung zu Star Trek, weil zu Lucille Ball gibt es diverse Aufarbeitungen über eine, die jetzt gerade relativ neu ist, werden wir nachher noch sprechen. Ja, aber diese Verbindung zu Star Trek, da fühlen wir uns jetzt einfach mal berufen, das hier zu machen. Ich glaube auch, dass das ein wenig Pionierarbeit ist. Ja, ich habe hier einige Quellen zusammengetragen, die in dieser Form, glaube ich, so noch nicht zusammengetragen wurden. Und es gibt auf jeden Fall keinen deutschsprachigen Podcast, der schon mal die Geschichte von Lucille Ball und Desi Arnaz so aufgerollt hat, wie wir das heute tun werden. Und ich bin mir so halbsicher, dass das auch noch kein amerikanischer Podcast so gemacht hat. Zumindest habe ich ihn noch nicht gehört oder gefunden auf der Suche in der Vorbereitung hierfür. Ich habe auch gesucht, habe auch nichts gefunden, aber demnächst gibt es jetzt einen, nämlich wenn ihr das jetzt hört, kein amerikanischer, deutschsprachiger, aber das ist ja auch ganz gut. Also ihr Lieben, begleitet uns auf einer Reise tief in die Produktionsgeschichte Star Treks und wie gesagt auch natürlich in die Film- und Fernsehgeschichte. Denn ohne diese beiden, ja, sag ich schon fast so, wie sagt man, Kometen, ja, Lucille und Desi, hätte es halt Star Trek nicht gegeben oder Star Trek wäre irgendwann tot gewesen. Werden wir gleich alles erklären, wie das zusammenhängt, Sebastian. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die frühen Jahre, oder? Von der Lucy. Ja, Lucy wurde geboren als Lucille Desiree Ball am 6. August 1911 in Jamestown, New York. Und in den 30er Jahren war sie eine mittelerfolgreiche Filmschauspielerin, also kein Megastar, die hat da nicht die großen Gagen abgegriffen und war auf ihrem Filmplakat zu sehen. Nein, aber sie war sehr beschäftigt. Und eine ihrer ersten Hauptrollen war im Jahr 1940, denn da wurde das Musical Too Many Girls verfilmt, indem sie die Millionen-Erbin Connie Casey spielte. Aber nicht nur das, Simon. Ja, denn einer ihrer vier Bodyguards in dem Film wurde gespielt von dem kubanischen Bandleader Devedirio Alberto Arnavi Deaccia, der dritte, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, zu kurz ist es aber eben besagter Desi Arnaz. Und ja, die beiden lernten sich dann am Set kennen und nicht nur kennen, sie lernten sich auch lieben. Und von Anfang an, Simon, war das eine sehr stürmische Angelegenheit, muss man sagen. Denn die, ja sagen wir ruhig mal, die feurige, rothaarige und der heißblütige Kubaner, die spielten in diesem Film mit. Der kam am 8. Oktober in die Kinos. Und was war nur anderthalb Monate später? Ja, es ging ratzfatz am 30. November, also tatsächlich anderthalb Monate später, da läuteten schon die Hochzeitsglocken für Hollywoods zukünftiges Power Couple. Also die haben keine Verwandten gemacht, ja, die haben gedacht, das passt, das muss jetzt offizialisiert werden. Ich glaube, die wollten Verwandte machen. Die wollten Verwandte machen, ja stimmt. Das Gegenteil war der Fall, du hast völlig recht, ja. Und Lucy hat dazu auch gesagt, meine Freunde, ja, die gaben uns beiden, also Desi und mir, sechs Monate und ich gab uns sechs Wochen. Also man ist schon mit diesem Bewusstsein da gestartet in diese Ehe. Das ist so feurig und so aufgeladen, das kann auch gerne schnell kippen, die Stimmung, um es mal so zu formulieren. Sie sagte auch, es war schon irgendwie ein Wunder, dass zwei so grundverschiedene Menschen wie wir zusammenkamen. Aber das war auch ein großer Teil unserer Anziehungskraft, unserer Streits und unseres Erfolgs. So ist es, ja. Also ging es immer gut ab, ja, sowohl auf der einen als auch der anderen Liege des Lebens. Ja. Ja, Sebastian, ein Radio-Hit wird zum Fernseh-Hit. So kann man diesen Teil jetzt eigentlich umfassen, den wir jetzt beschreiben. Denn Lucille Balls Filmkarriere lief einwandfrei weiter. Aber 1948 hatte sie dann die Hauptrolle in einem Mega-Hit. Und zwar hieß der My Favorite Husband. Das war allerdings kein Film, sondern eine erfolgreiche Live-Sitcom. Nur lief die eben nicht im Fernsehen, sondern im Radio. Also es war so ein Radio-Hörspiel. Gibt es auch tolle Bilder davon, wie der Cast dann so um diese schönen alten klassischen Mikrofone drumherum steht, die sich heute ein Podcaster oder auch eine Podcasterin wünschen würde. Stimmt, aber das war tatsächlich auch so, man stand da nebeneinander auf einer Bühne und hat dann die Show quasi gemacht für ein Live-Publikum. Es ist jetzt aber nicht so, dass man das gespielt hätte wie im Theater. Nein, nein, die haben da mit ihren Zetteln gestanden und auch ihren Text von den Zetteln abgelesen, weil es war ja nicht ersichtlich, dass sie den auswendig lernen mussten vorher, wenn man sie sowieso nicht sieht. Aber für die Lacher war ein Live-Publikum da. Es war kein großes Publikum, aber es stand ein, es saß ein Live-Publikum auf so einer kleinen, auf so Rängen. Das erinnert mich ein bisschen an so, wenn man da mal Fotos von sieht, sag mal diese Bio-Räume, die wir bei uns an der Schule hatten. Du meinst diese Hörseele für Arme quasi, ne? Ja, stimmt. Aber worum ging es denn jetzt oder was war denn My Favorite Husband? Ja, das war so tatsächlich so eine Eheleute-Sitcom, kann man sagen. Gemeinsam mit Richard Denning spielte sie Eheleute, die liebten, die lebten, die zankten. Also das kennt man ja und auch das ist so der Grundstein, kann man sagen, für das, was dann auch später kam mit We Love Lucy. Das war so eine typische Gegensätze ziehen einander an Story. Und hierbei kam eine bislang eher verborgen gebliebene Begabung zutage, denn sie stand ja immer nur vor Filmkameras bisher und es war nie ein Publikum da. Jetzt war ein Publikum da und auf einmal fing die an aufzudrehen. Heute würde man sagen, das ist eine richtige Comedy-Rampensau. Also sie hat sich hier als eine sehr, sehr erfolgreiche und beliebte Ulknudel entpuppt, die Lucy in dieser Live-Radio-Sendung. So ist es. Die Leute lagen immer am Boden, fanden die super sympathisch und schon da hat man gemerkt, dass Lucille Ball da absoluten Fable hat, vor Publikum zu stehen und vor Publikum aufzutreten. Dass sie auch diese besondere Connection einfach hat zu den Leuten und dass sie dann akzeptiert wird. So eine richtige Comedy-Rampensau, du sagst es. So wie Podcast-Rampensäue. Obwohl ich werde immer schüchtern, erstmal wenn ein Publikum da ist. Ja das stimmt, das ist immer ungewohnt. Wenn wir so alleine miteinander sprechen hier, dann ist das total easy, weil da hört ja keiner zu. Und das Beste ist, ihr Lieben da draußen, wenn wir uns jetzt versprechen oder dummes Zeug reden, dann können wir das rausschneiden. Und das geht halt vor Live-Publikum nicht so. Deswegen setzen wir uns, da habe ich schon mal Angst, wenn wir das irgendwann mal machen und live auf die Bühne gehen, da setzen wir uns wahrscheinlich so dermaßen in die Sessel. Das wird ein Fest, ihr müsst alle kommen. Ja, danach werden wir zwar gecancelt, aber ich glaube da werden noch ganz andere Leute vor uns gecancelt. Das ist ganz so schlimm, sind wir nicht, Sebastian. Ja gut, kann sein. Aber zurück zu Lucy, denn während Lucy mit dieser Radio-Live-Hörspiel-Sitcom große Furore Erfolge feierte, war ja auch Desi Arnaz ihr Ehemann sehr erfolgreich. Nur er war nicht mit ihr am gleichen Ort. Er reiste mit seiner Band, die kubanische Latino-Musik spielte, durch die gesamte USA und durch die Nachtclubs. Ja, auch jetzt nicht so die besten Voraussetzungen für die Ehe. Tatsächlich haben Lucy und Desi dann auch nur wenig Zeit miteinander verbracht, eben weil sie halt immer ständig an allen Orten waren und Desi die ganze Zeit unterwegs. Und wenn sie sich dann sahen, Sebastian, stritten die ständig. Nicht zuletzt, weil Lucy völlig zu Recht vermutete, dass ihr geliebter Desi unterwegs zahlreiche Affären, Fisternölschen hatte, wie man hier sagen würde. Fisternölschen. Ja. Kenne ich gar nicht das Wort und ich komme aus derselben Ecke. Fisternölschen? Fisternölschen. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Kölsch ausgesprochen. Ja. Warte, was Kölsch ist, mein Junge. Ja. Was willst du machen? Aber zu was führte das denn, dieses Auseinandersein, diese Reiserei, die Streits, Simon? Das führte zur schlimmsten Zeit, die sie jemals hatten, nämlich zwischen 1947 und 1948. So beschreiben sie diese Zeit, wo sie halt auseinander waren, ständig am Streiten waren und der Desi halt zahlreiche, ja, weibliche Bewunderinnen zu sich in die Kiste einlud. Aber karrieretechnisch lief es besser, denn im Jahr 1950, da kam CBS zu Lucy und hatte eine ganz schöne Ansage im Gepäck. Sie sagten zu ihr, wir möchten aus My Favorite Husband eine Fernsehserie machen. Und jetzt braute sich da etwas zusammen, ein Wunsch in Lucy, eine Idee in Lucy, die sie dann auch mit ihrem Mann gemeinsam wohl besprochen hat. Da standen auf einmal die Sterne sehr, sehr günstig, Simon, ja. Und auch Sterne ist auch hier ein Stichwort, denn das setzte so die erste Weiche in Richtung Star Trek, wird irgendwann mal möglich werden. So seltsam sich das auch erst anhört, ne? Also wenn man uns bis jetzt zugehört hat, dann denkt man, was zum Teufel hat das alles mit Star Trek zu tun? Aber da kommen wir noch zu. Zunächst wollte Lucy eben an ihrer Ehe arbeiten. Die wollte sie einfach retten. Die stand ja, wie gesagt, eben nicht unter keinem guten Stern. Die stand nicht unter einem guten Stern. Und deswegen wollte sie My Favorite Husband nicht mit Richard Denning machen, mit dem sie halt das Radiohörspiel gemacht hat, sondern sie wollte mit ihrem echten Ehemann Desi Arnaz auf der Bühne stehen. Das war kein Vorschlag von ihr, das war eine Bedingung. Sie hat gesagt, entweder kommt er mit und spielt mal einen Ehemann oder ihr könnt das alles vergessen und ich bin nicht dabei. Damit mutierte auch die My Favorite Husband, das Konzept mutierte dann zu I Love Lucy, wie dann die spätere Serie heißen würde. Also, die Idee war auch von ihr, wir streiten uns ja ständig. Wenn wir in einem Raum sind, dann ist zwar die sexuelle Energie kaum auszuhalten, um mal Trek am Dienstag zu zitieren, aber es liegt halt auch immer Streit in der Luft. Und diese Energie, dieses ganze, ja, dieses Britzeln, das können wir doch mal nehmen und das in echte Comedy verwandeln. Sie hat das auch ein bisschen, ja, ein bisschen zynisch fast schon ausgedrückt. Sie hat gesagt, wir fanden es gut, wenn von unseren Problemen nicht die Scheidungsanwälte profitieren, sondern eben wir. Also, warum nicht, wie du sagst, diese Energie auf die Bühne bringen? So, jetzt ist Desi Arnaz, wie der Name ja schon sagt, kein Bio-Amerikaner, ja, sondern der Mann kommt aus Kuba. Und das ist natürlich, erinnern wir uns mal an die Zeit, in der wir sind, für CBS durchaus ein Problem. Denn die hatten Bedenken, der Sender, möchte, dass konservative Amerika, allen voran sicherlich der Bible Belt, im Fernsehen eine Ehe zu sehen bekommen zwischen einer Amerikanerin und einem Kubaner. Und eine besonders unschöne Bemerkung seitens CBS, die eigentlich so kacke ist, dass sie fast schon wieder lustig ist, die haben gesagt, der ist doch bloß ein Bongo-Spieler. Super. Lass den doch zurück nach Kuba gehen, auf die Bäume so, fast schon, ne? Bäume unter Nachrichten, Drummeln oder sowas. Der Witz ist, der hat ja, glaube ich, tatsächlich auf Bongos gespielt, ne, mit seiner Band. Jaja, der war ein Bongo-Spieler, natürlich, aber er war halt auch ein Entertainer und Charisma bis hinten gegen, ja? Also, bloß ein Bongo-Spieler, das wird ihm einfach nicht gerecht. Aber jetzt haben sich ja Desi und Lucy zusammengesetzt und haben sich einen Plan überlegt, wie sie die Hand von CBS ein bisschen dazu zwingen können, dass sie sie anstellen müssen. Was haben sie gemacht? Ja, das Coole ist, hier sieht man schon so die geschäftliche, das geschäftliche Verständnis und auch die Marketing-Taktik, die die hatten. Denn sie sind im Sommer einfach auf Tour gegangen, Sebastian, auf große Varietät-Tour, einmal quer durch die USA, Lucy und Desi gemeinsam auf der Bühne. Da haben sie dann ihren Stick gespielt, wie der Amerikaner sagt, ne? Und diese Tour war dann entsprechend ein Riesenerfolg und das Publikum wollte mehr Lucy und Desi sehen. Und damit war es klar, okay, es wird wohl diese Serie gemacht werden müssen. So ist es. So, dann behaltet jetzt mal kurz im Hinterkopf, I love Lucy wird im Fernsehen starten und so wie Lucy und Desi sich das vorstellten mit ihnen beiden als Hauptrolle, nur eben ja in so einer fiktiven Version ihrer selbst. Ich möchte euch jetzt mitnehmen auf einen Exkurs, den ich genannt habe, eine kurze Mediengeschichte. Simon, darf ich dich auch mitnehmen? Absolut, ich lehne mich zurück und lausche dir. Also, seit Jahrtausenden war die Unterhaltung für die Massen, war sowas wie Theater und Zirkus und Jahrmarkt. Unterhaltung war also ephemär, würde man sagen, als Kunsthistoriker. Also vergänglich. Du gehst da hin, da ist eine Theatervorstellung, da ist eine Zirkusvorstellung, du guckst dir das an, danach ist es vorbei, es gibt keine Aufzeichnung. So weit, so gut. Selbst als dann Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Filme erfunden wurden, war das für die Leute auch noch ganz logisch. Das ist genauso ein vergängliches Medium wie alles andere auch. Filme wurden gedreht, dann zirkulierten die einmal, davon gab es wenige Kopien und dann wurden die vernichtet, weil jetzt haben wir ihn ja gezeigt, ist ja vorbei. Krass, wenn man sich das mal so überdicht, ne? Ja, es gibt auch eine Dokumentation, die kann ich dir und allen da draußen mal empfehlen, die heißt Dawson City Frozen Time. Denn Dawson, das ist ja so in Alaska, wo dann die Goldgräber waren, das war eine dieser Endstationen für Filme und da wurden die, normalerweise sollten die dann da vernichtet werden, die Filmrollen. Aber unter so einem Schlittschuhlaufpalast, da war so ein Becken, wo du konntest in den Schlittschuhlaufen, da haben sie dann diese Filme drin versenkt und einfach zubetoniert. Und viele, viele Jahrzehnte später hat man dann da Filmrollen entdeckt, als man das wieder aufgebrochen hat, von Filmen, die als verschollen galten und jahrzehntelang als verlustig galten. Und diese Dokumentation Dawson City Frozen Time, die rollt diese Wiederentdeckung auf und zeigt auch ganz viel von diesen Filmen und wie das überhaupt funktionierte damals. Also, das könnt ihr euch mal angucken. Das ist schon cool. Aber auch in Hollywood wurden Filme vernichtet, denn Jack Warner, einer von den beiden Warner Brothers, der hat einmal gesagt, als der Platz langsam eng wurde im Filmlager, Burn Vault One, verbrennt Lager Nummer eins. Ja, hätte der mal gewusst, wie sich das alles entwickelt hat, dann hätte er das, glaube ich, nicht gemacht. Wahnsinn, ja. Was da alles verloren gegangen ist, auch an künstlerischer Schaffenskraft und Energie und Geschichte, das macht einen ganz betroffen, tatsächlich. Man hat dann gleich so Bilder von Bücherverbrennungen im Kopf, ne? Total, ja, ja. Und noch nicht mal politisch motiviert, also stand noch nicht mal ein Ethos dahinter, so schlimm der auch ist, aber es gab ja zumindest einen Grund. Hier war es einfach, Röker, Platz, hau weg, die Scheiße. Und das alles nur, weil halt seit Jahrtausenden erlernt war, Unterhaltung ist etwas, das passiert im Moment und danach ist es weg und egal. Ja. Erst in der Tonfilm-Ära kam man langsam auf die Idee, dass Filme vielleicht etwas Erhaltenswertes sein könnten. Anders hingegen war das Radio gesehen, das war da ein Live-Medium und deswegen war das nach wie vor so eine ephemere Geschichte, ja? Einmal ausgestrahlt, weg ist die Radiosendung. Bei Filmen war man langsam aber sicher dabei, da sich was anderes anzugewöhnen. Und Fernsehen stand irgendwie auf der Schwelle zwischen diesen beiden Medien. Es wurde aus dem Radio geboren, aber es hatte Bild, es nutzte die Funkwellen natürlich auch und viele Sendungen waren einfach nur live und dann weg. Und TV-Sendungen wurden anfangs als vergänglich angesehen. Doctor Who-Fans können da auch ein Lied von singen. Fehlt einiges, ne? Ist einiges auch weg, oder? Ja, über 100 Folgen wurden da, äh, gelten da als verschollen. Ja, also das, um euch mal zu erzählen. Wir sind also, selbst 1950, wo I Love Lucy dann startete, sind wir in einer Zeit, wo man denkt, ja, Fernsehen ist eine Sendung, die ist dann weg. Da gibt es auch keinen VHS-Rekorder, wenn ich mir das mal aufnehmen will und später angucken will. Eine Sendung kommt einmal und Feierabend. Die einzige Ausnahme ist, man muss eine gewisse Aufzeichnung machen, äh, um die Zeitverschiebung von der Ostküste nach der Westküste zu schaffen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Geschichte von Lucy und Desi und I Love Lucy. Ja, vielen Dank für diesen Exkurs erstmal, Sebastian. Das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, dass man so darauf geblickt hat, ne? Als wenn man, ja, als wenn der Gaukler vorbeikommt und auf dem Marktplatz was vorspielt und dann zieht er wieder weg und ja, war ganz toll so, ne? Ja. Und das war tatsächlich, ja, übertragen dann auf dem Film. Ja, diese seltsame Herangehensweise, interessant, ja. Ja, heute unvorstellbar, ne? Aber richtig. Na gut, heute ist ja eher umgekehrt. Heute wird alles Mögliche archiviert, wovon du denkst, ja, 99 Prozent davon brauche ich nicht. Ich brauche nicht, wie irgendwer im YouTube da sitzt und einen erzählt. Reaction-Videos. Oh, das darfst du nicht so laut sagen, weil wir machen ja auch einen Reaction-Podcast. Ja, im Prinzip ja, okay. Habe ich mal richtig auf den Sack gekriegt, als ich über Reaction-Videos mich ausgelassen habe und da hat einer gesagt, mach das doch auch, ihr macht doch auch einen Reaction-Podcast. Ja, wir versuchen schon ein bisschen mehr. Habe ich einfach nur gedacht, naja gut, ich mache ein bisschen mehr vielleicht, als komisch zu gucken, wenn eine Szene kommt. Ja. Aber erzählen wir doch mal, wie das funktionierte mit so einer Sitcom vor I Love Lucy, wenn die ausgestrahlt wurde. An der Ostküste wurde das nämlich aufgenommen mit Videokameras. Wohlgemerkt nicht mit Filmkameras, sondern mit Videokameras. Das waren drei Videokameras. Das war alles live, die Sitcoms. Das war wie ein Theaterstück, das musste sitzen. Und dann saßen da Leute im Kontrollraum und haben hin und her geschaltet zwischen Kamera 1, Kamera 2 und Kamera 3. Und so lief die Sitcom in New York um 20 Uhr abends. Aber wie hat man es geschafft, Simon, dass die gleiche Sitcom auch in Los Angeles um 20 Uhr abends Ortszeit laufen kann? Da liegen doch drei Stunden dazwischen. Ja, also auch einfacher als man denkt, aber auch seltsamer als man denkt. Es gab das sogenannte Kinescope-Verfahren. Also an der Westküste wurde der Videofeed aus dem Osten, von dem du gerade gesprochen hast, der wurde auf einem Bildschirm wiedergegeben. Vor diesem Bildschirm stand eine Filmkamera, hat den abgefilmt, also dieses Signal abgefilmt, was da kam. Dann wurde dieser Film in Rekordzeit entwickelt und dann gerade eben so pünktlich ausgestrahlt. Also es gibt ja drei Stunden Zeitverschiebung vom Osten zum Westen und dann konnte man das quasi in Anführungszeichen live zeigen. In Wirklichkeit war es abgefilmt und ihr könnt euch vorstellen, wie die Bildqualität war. Miserabel, ja. Also das ist nichts von, ich kopiere was von VHS-Kassette 1 auf VHS-Kassette 2. Es ist ein abgefilmter Bildschirm. Wenn man das heute manchmal sieht, solche überlebenden Sachen, gibt es auch auf Doctor Who DVDs zu sehen, wo solche Szenen auf diese Art und Weise gerettet wurden, sieht schlimm aus. Schlimm, ja, ja. Schon, pfff. Auch das wurde ja mal, in der heutigen Zeit wurde das ja auch dann wiederholt, indem Leute in irgendwelchen Kinos Filme abgefilmt haben und die dann hochgeladen haben. Weißt du, so in der Blütezeit der Raubkopien, als es die ganzen Streaming-Anbieter noch gar nicht gab, dann gab es halt solche Versionen davon. Ja. Da war die Qualität auch immer miserabel. Ja, das ist nicht Art-Imitating-Life, das ist Shit-Imitating-Life. Oder Shit-Imitating-Art oder was weiß ich. Aber ja, also miserable Bildqualität und das konnte natürlich jetzt kein Bestand haben, dieses Verfahren. Deswegen hatte der Dizzy höchstpersönlich eine Idee, Sebastian. Er hatte die Idee bei I Love Lucy, schmeißen wir die Videokameras raus aus dem Studio und ersetzen sie durch teurere Filmkameras, wo wirklich Celluloid durchrattert. Es wird nach wie vor mit Publikum produziert, damit es Lacher gibt, aber eben nicht live und nicht in Echtzeit. Die Aufzeichnung von so einer halbstündigen Sitcom, die kann dann zwei bis drei Stunden dauern. Und anders als eine Live-Sendung auf Video musste so eine Aufzeichnung dann auch nachbearbeitet werden. Wohl aber wurde anders als bei Kinofilmen die Handlung in der richtigen Reihenfolge gedreht. Also das Publikum saß da, hat das Ganze gesehen wie so ein Theaterstück und die Filmkamera hat das dann aufgenommen. Ja, Szenen wurden dann schon mal wiederholt. Das heißt, es war ein reichlich merkwürdiges oder syriales Theaterstück, wenn du es so sehen möchtest. Aber ja, im Prinzip stimmt es. Und so wurden ja auch dann später Sitcoms immer hergestellt. Was gut ist an dieser richtigen Reihenfolge, in der man filmt, ist, es macht den Schnitt einfach günstiger. Du musst nicht am Ende sagen, ah ja, wir haben Szene eins immer als letztes gedreht und so, und dann müssen wir alles durcheinander werfen und puzzeln. Sondern du musstest das einfach nur richtig einkürzen. Und fertig war die Sitcom-Sendung. Und dann war für die Sender noch ein besonderes Schmankerl an diesem Deal. Denn die Mehrkosten, die dadurch entstehenden Mehrkosten, musste der Sender nicht bezahlen. Die wurden von Lucy und Daisy übernommen. Und die beiden hatten da schon eine geniale Idee, die sich später dann auch auszahlen sollte. Die haben nämlich gesagt, alles klar, wir bezahlen die Mehrkosten, ihr habt damit nichts am Hut. Nur eine Kleinigkeit hätten wir gerne. Die Wiederholungsrechte möchten wir haben. Dann haben die CBS-Leute geguckt wie Teletubbies bei Gewitter und haben was gefragt, Simon? Was ist denn eine Wiederholung? Wie Wiederholung? Was soll man denn da wiederholen? Das ist doch, wir zeigen das und fertig. Ja? Und klar, natürlich, wenn ihr jetzt diese ganze Vorgeschichte kennt, die wir gerade erzählt haben. Bisher war halt immer alles live und einmalig gesendet worden. Und dann zack, weg. Gibt's nicht mehr, existiert nicht mehr. Und irgendwelche Filmaufnahmen vielleicht, die werden dann unter irgendwelchen Eispalästen vergraben. Ja? Aber die Idee einer Wiederholung? Pfff. Nee. Irre. Total irre. Und Desi, also nicht den Bongo-Spieler unterschätzen, muss man mal ganz eindeutig sagen. Der hat auch Bongos gespielt. Der hat auch Bongos gespielt. Aber wie revolutionär ist das? Er hatte den Weitblick, sich zu überlegen, Sendungen kann man aufzeichnen und wiederholen und kann dann immer wieder die Werbeeinnahmen generieren. Und nicht nur einmal bei der Erstausstrahlung, sondern jedes Mal, wenn diese Sendung gezeigt wird, kaufen da wieder Werbekunden die Sendezeit. Eigentlich ist das so eine Idee, die man von so einem Filmchef erwarten würde, so einem Studio-Boss, so einem Business-Studio-Boss und eben nicht von einem Bongospieler, Sebastian. Mhm. Und die Rechte an der Show, die waren dem Desi so wichtig, dass er neben dieser Kostenübernahme sogar noch eine verminderte Gage in Kauf nahm, weil der wusste, das wird sich auszahlen. Wenn das gut läuft und wenn wir das gut machen, wird sich das irgendwann auszahlen. Und so kam es ja dann auch. Was für fantastische Geschäftsleute, Simon. Ja, schon. Oder? So kam es dann nämlich auch wirklich. Ein Erfolgsrezept war geboren und für diesen Prozess, für diesen Produktionsprozess einer Sitcom, der neu war, haben sie auch eine Produktionsfirma ins Leben gerufen. Und da haben sie ihre beiden Namen zu einem Kofferwort vereint. Desi und Lucy wurden zu Desilu Productions. Und da haben wir das Rätsel auch um diesen Namen gelöst. Deswegen heißt Desilu, Desilu, nämlich Desi und Lucy. Und diese Art zu produzieren, das war nicht so dann nur das Standardrezept in Anführungszeichen von Sitcoms, von allen Sitcoms, sondern tatsächlich dann irgendwann allen Fernsehserien. Und jetzt, so visionär, der sie auch war, kann er sicherlich eine Sache nicht geahnt haben. Durch das Aufzeichnen dieser Sendung lagen diese natürlich als hervorragend hochqualitative Filmrollen im Archiv von Desilu, Paramount, was auch immer und konnten dann auf VHS, auf Laserdisc, auf DVD, auf Blu-Ray oder im Streaming auf Netflix oder Disney Plus oder was auch immer veröffentlicht werden. Ja, hätte es das nicht gegeben, dann wäre vieles von diesen alten Sachen halt auch heute noch verschollen. Und das ist im Grunde, ja, da wurde die Möglichkeit geschaffen, dass wir das Zeug auch heute noch, dann teilweise auch aufwendig remastert, nochmal ansehen können. Weil das Material einfach vorhanden war. Deswegen kann man an der Stelle sagen, danke Desi dafür. Der hat ja da wirklich die Filmgeschichte mit bereichert, kann man sagen. Ja, Sebastian, das ist ja nicht nur eine Medienrevolution, von der wir hier sprechen. Nee, nee, das ist ein völliger, völliger Paradigmenwechsel und wow, einfach wow. Jetzt war Fernsehen etwas Erhaltenswertes und etwas, was einfach von Dauer war. Aber reden wir doch mal ein bisschen über den Straßenfeger, die Serie I Love Lucy, Simon. Ja, die startete im Oktober 1951, da lief dann die erste Staffel an und die Zeitschrift Weekly Variety schrieb auch sofort in ihrer ersten Kritik, so eine hochqualitative Fernsehserie, die haben wir noch nie gesehen. Und natürlich mit so vielen Lorbeeren hat sich das noch weiter verbreitet. Nach einer halben Staffel schon war die Serie in den Top Ten. Da waren keine Anlaufproblemchen oder sonst was und es musste sich erst rumsprechen. Nein, bam, nach einer halben Staffel war die Serie in den Top Ten. Und ihr Lieben, damals mit Fernsehen, das war so, das sind Zahlen, das haben dann so viele Leute geguckt. Ja, denn es gab ja keine Konkurrenz. Es gab kein Gaming, es gab kein Streaming. Ja, sondern man hat ja Fernsehen geguckt. Ja, das war eine richtige Communal Experience für die gesamte Familie. Vom Dreijährigen, von der Dreijährigen bis zur Oma saßen sie da alle vor und haben das geguckt. Und du sagtest es gerade schon, man war schon nach einer halben Staffel in die Top Ten vorgedrungen. Am Ende von der ersten Produktionsstaffel war die Serie die absolute unangefochtene Nummer Eins im US-Fernsehen. Das ruft natürlich finanzkräftige Sponsoren auf den Plan. Und ab Staffel zwei war, das ist heute auch absolut undenkbar, der Zigarettenkonzern Philip Morris. Also die Jungs, die unter an der Marlboro, dem Marlboro mal einen Lungenkrebs beschert haben. Ja, die waren ab Staffel zwei Sponsor. Ja. Ja, lustig. Nein, das ist schon okay. Ja, ja. Da gab es dann auch so Sachen wie die, weiß ich nicht, die Philip Morris Variety Hour. Gab es auch im Fernsehen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, das hat man alles noch ein bisschen lockerer gesehen. Das war ja auch in Deutschland so. Die Rothändler Revue, Simon. Was ist das denn? Aber da wurden ja dann auch Zigaretten als was Gesundes tatsächlich verkauft. So ähnlich wie so ein Nervenheiltee kannst du dir auch mal eine Kippe schön anstecken. Es waren halt andere Zeiten. Ja, ja, das stimmt schon. Nun gab es sich aber, vom Rauchen kommen wir jetzt zur Schwangerschaft, was auch irgendwie ironisch ist. Zur selben Zeit ergab sich nämlich eine Herausforderung. In der Staffel-Sommerpause zwischen Staffel eins und zwei war Lucille Ball zum zweiten Mal schwanger geworden. Ja, und der Plan der Eheleute war es dann auch tatsächlich, diese Schwangerschaft in die Handlung der Serie einzubauen. Und das ist ja auch gar nicht so unpassend. Immerhin wird hier ja das Leben eines verheirateten Paars gezeigt und was die alles so erleben. Klingt erstmal wie so ein No-Brainer, aber nein, CBS und der Hauptsponsor, Philip Morris, die waren dagegen mit einer Begründung, die man heute auch nicht mehr so richtig verstehen kann, Sebastian. Ultrakonservativ. Man kann im Fernsehen doch keine schwangere Frau zeigen. Also bitteschön verheimlichen, nichts darüber sagen und dann Lucys Bauch so Austin-Power-Style in den späteren Monaten auch immer schön, weil sie nicht hinter irgendeiner riesigen Blumenvase oder hinter einem Bücherstapel verstecken oder hinter einem Clipboard. Mein Gott. Ja, irre einfach. Aber Lucy und Desi, die haben natürlich gewusst, wie erfolgreich das Ganze ist für den Sender und für den Sponsor und haben dadurch natürlich auch gemerkt, wir müssen auch nicht jeden Scheiß akzeptieren, den wir da von oben aufgedrückt bekommen. Wir haben hier eine gewisse Power und die haben dann auch gesagt, nee, wir wollen das zeigen, ja. Und eben weil das Ganze so ein großer Erfolg war und auch sehr abhängig war, eben von Lucy und Desi, hat der Sender dann eingelenkt und sie durften dann, so eine Kompromissgeschichte war das dann, dann durften sie ein oder zwei Folgen lang die Schwangerschaft thematisieren. Aber bitte auf gar keinen Fall das Wort Pregnant, Schwanger, verwenden, höchstens Expecting, also in freudiger Erwartung sagen. Pregnant ist ein so unanständiges Wort, Simon. So, jetzt haben wir ja schon einiges über das Temperament unseres liebsten Bongo-Spielers auf dieser Erde. Da haben wir ja schon einiges gehört und der Desi hat gesagt, ihr könnt euch mal schön ficken, hat er gesagt. Er blieb hart, schrieb einen Brief sinngemäß. Liebe Freunde, wir haben euch die erfolgreichste Fernsehsendung verschafft. Sie ist erfolgreich, weil wir seit Tag 1 das machen, was wir für richtig halten. Und jetzt glaubt ihr auf einmal, ihr wisst alles besser. Hallo? Oh, was für ein cooler Brief eigentlich. Der hat auch tatsächlich dann, was heute undenkbar wäre auch, die Leute überzeugt. Weil sie dann gesagt haben, ach so, ja natürlich sind wir als Geldgeber nicht die, die das kreativ besser wissen. Ach Mensch, ich wünschte mir heute, wir würden wieder zu so einer Einsicht zurückkehren. Aber gut, sie haben dann gesagt, gut, ihr dürft das. Die Schwangerschaft wurde in insgesamt sieben Episoden von I Love Lucy gezeigt. Gratulation. Und heute gibt es diese Einsicht auch noch, aber das sind dann eher kleinere Filme und Indie-Studios und sonst was. Hier, wir reden hier von absolutem Mainstream. Das haben halt alle und Omas und Opas, du hast gerade schon gesagt, alle und Hundis und was weiß ich, saßen vor dem Fernseher, haben die Serie geguckt. Und sie haben sich durchgesetzt. Toll, toll finde ich das. Und Simon, was war das Ergebnis dessen, dass die kreativen Leute das machen durften, was die kreativen Leute machen wollten? Verrate es mir. Ja, irgendwann war ja dann die Niederkunft. Und deswegen wurde dann die Folge Lucy Goes to the Hospital der größte Erfolg, Sebastian, mit einer Einschaltquote. Da können die heute von träumen, die Fernsehmacher. 71,1 Prozent Einschaltquote. Das waren über 44 Millionen Zuschauende, Simon. Ja, das ist Fußball-Weltmeisterschaft-Endspiel oder so. Ja. Oder Superbowl. Viele Jahre lang blieb das dann auch, das ist aber trotzdem Rekord, also auch das war ungewöhnlich viel für damals. Und viele Jahre lang blieb das dann auch die meistgesehene US-Fernsehsendung. Lucille sagte dazu, manchmal macht mir dieser riesige Erfolg Angst. Eigentlich wollten wir doch nur zusammen sein und zwei Kinder haben. Tja, jetzt gibt es einen kleinen Funfact am Rande, Simon. Für euch Star Trek-Fans da draußen. Denn die Tochter von Lucy und Desi, die Erstgeborene, heißt auch Lucy, aber nicht mit Y, sondern mit IE am Ende. Und die hat wen geheiratet, Simon? Ja, den Spock-Bruder Larry Luckenbill. Er hat die geheiratet. Cyborg aus Star Trek V. Wahnsinn. Ja, die Welt ist klein. Die Welt ist klein, ja. Der sollte dann später in einem nicht so guten Film die Rolle von Spocks Bruder übernehmen. Von Cyborg hat man auch nie wieder was gehört, so wirklich in Star Trek, oder? Nö, ist ja auch ein Hops gegangen in dem Film. Aber man hätte mal wieder was erwähnen können. Hätte man, hätte man, ja. Vor allem gibt es da so eine Halbschwester, die hat, glaube ich, noch nie vom Halbbruder erzählt, von dem anderen Halbbruder. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber steht auf einem anderen Blatt. Interessanterweise gab es jetzt vor kurzem eine Verfilmung des Lebens, ja des Lebens nicht, aber eine Verfilmung, die diese beiden Charaktere, nämlich Lucy und den Desi, im Grunde als Hauptcharaktere hatten. Und viele von euch hätten da wahrscheinlich mehr von mitbekommen, wenn es denn dieser Film auch in Deutschland ins Kino geschafft hätte. Hat er aber nicht. Der ist mitten in der Pandemie erschienen. Es gab dann keine Kinoauswertung, was dann leider aber auch heißt, dass viele Zeitungen oder auch Internetseiten, die Reviews machen, diesen Film totschweigen. Weil es gibt halt keine Pressearbeit für eine Kinoauswertung. Deswegen haben wir viele das gar nicht mitgekriegt, dass dieser Film lief. Er lief ab, er ist auch bei Amazon Prime mittlerweile, also man kann den im Streaming sehen, für alle, die sich das anschauen wollen. Der Film heißt Being the Ricardos, ist von Aaron Sorkin. Den kennen viele von Filmen wie zum Beispiel The Social Network, dann natürlich diese Steve Jobs Biografie, The Trial of the Chicago 7. Das war ja auf Netflix ein sehr, sehr toller Film. Und jetzt im Jahr oder im letzten Jahr 2021 hat er dann Being the Ricardos gemacht. Und dieser Film, der spielt im Jahr 1952, also während der Produktion von I Love Lucy. Ja, im Grunde hat er so zwei Zeitebenen. Eine Zeitebene, die spielt während einer Woche Produktion für die Folge Fred and Ethel Fight. Da geht es um die Produktion und die ganzen Schwierigkeiten, mit denen diese Produktion verbunden war. Dazu gleich noch mehr. Ja, aber gleichzeitig gibt es immer mal wieder Rückblenden in die Vergangenheit, die dann solche Momente aufgreifen, die wir auch schon besprochen haben. Ja, wie Lucy und Desi sich kennenlernen, wie sie dann auch mal Stress haben, wie diese Dynamik miteinander funktioniert, wie der Desi auf Tour geht und Lucy will ein Filmangebot haben. Also quasi so ein bisschen diese Vorgeschichte, die dann dazu führt, dass die beiden da mit Desilu I Love Lucy herstellen. So, ich habe jetzt schon gesagt, in dieser einen Woche, die war ein bisschen problematisch. Das lag vor allen Dingen an zwei Dingen. Und zwar 1952, The Big Red Dog. Ja, der Kommunismus war das große Schreckgespenst in den Vereinigten Staaten. Es gab diese ganze McCarthy-Ära. Das heißt also, dass Schauspieler oder generell Kunstschaffende, die irgendwas mit dem Kommunismus zu tun hatten, sei es, dass sie überzeugt davon waren oder dass sie Sozialisten waren oder überhaupt irgendwann mal was Dummes gesagt haben oder auch nicht gesagt haben, die wurden tatsächlich, wir haben es vorhin gesagt, die wurden gecancelt. Die wurden wirklich gecancelt. Schlimme Zeit, Sebastian, oder? Aber wirklich eine schlimme Zeit. Es geht da um den, du hast es schon gesagt, McCarthy. Gibt es eine tolle PBS-Dokumentation über den McCarthy aus der sowieso sehr großartigen Doku-Reihe American Experience. Alle mal gucken. Ist Bildungsfernsehen, paar Excel langs. Ja, aber zurück zu Lucy und Desi. Genau, denn Lucy ist jetzt ein bisschen schon, weil ich den Herzlichen Film gesehen habe, aber es ist glaube ich so, dass Lucy irgendwann mal eine Stimme abgegeben hat für die kommunistische Partei, sich dabei irgendwie vielleicht vertan hat oder so, weil ihr Vater was damit zu tun hatte. Jedenfalls ist diese Geschichte hochgekocht zu der Zeit und es drohte eine Enthüllungsstory gemacht zu werden. Ja, so eine Enthüllungsstory, wo dann diese große amerikanische Volksschauspielerin bloßgestellt werden würde in diese Enthüllungsgeschichte. Und das hätte das Ende bedeutet für die Serie. Und der Film zeigt dann auch so die Spannung, die Desi und Lucy haben, beispielsweise mit dem Sender, mit den Sponsoren. Oh Gott, was kommt da jetzt auf uns zu? Ist das vielleicht das Ende von allem? Es blickt aber auch in die Dynamik des Casts der Serie so ein bisschen, ja, weil es waren ja nicht nur Desi und Lucy da am Start, sondern auch William Frawley und Vivian Vance, die Fred und Ethel gespielt haben. Diese beiden anderen Charaktere, ja, die da auch immer, ja, zum Seriencast gehört haben. Und ich fand das schon auch sehr interessant, weil eine schöne Szene ist, dass Vivian Vance, die war immer so ein bisschen pummelig, ja, die war so diese lustige, dicke, ja, so ein bisschen dickliche Schauspielerin. Und die hat sich irgendwann entschieden, ich will abnehmen. Und dann gibt es so eine wunderbare Szene, wo dann Lucille und Vivian tatsächlich aneinander geraten deswegen, ne, weil Lucy, ganze Geschäftsfrau, ihr so durch die Blume mitgibt. Übrigens, wir haben dich gecastet, weil du halt ein Moppelchen bist und lustig bist. Du sollst nicht abnehmen. Ja, und dann ist es natürlich auch so ein bisschen, ja, du willst, dass ich immer die Hässliche bin. Ja, und du bist die schöne Lucy und so weiter. Dann haben wir halt diese Dynamiken und auch der von J.K. Simmons, der ja eigentlich fast immer großartig ist, wunderbar gespielte William Frawley, der nach außen hin auch so diesen Antikommunisten macht, aber das in Wirklichkeit alles furchtbar findet, was da derzeit passiert, dieser Faschismus, der da abläuft. Und dann geht es halt im Grunde, wird die ganze Zeit so eine Spannung aufgebaut. Wie können wir diesen Verdachtmoment von Lucy wegbekommen? Ja, dass Lucy in Wirklichkeit keine Kommunistin ist, weil, oh, das ist ja super böse, wenn sie das wäre. Und der von Javier Bardem gespielte Dizzy Arnaz macht das auch sehr, sehr gut. Der hat dann eine verrückte Idee, die ich, ja, die ich jetzt, sollen wir sie spoilern, Sebastian? Ja, klar. Kommen wir spoilern die jetzt. Wenn ihr den Film sehen möchtet, Being the Ricardos, dann hüpft doch jetzt einfach mal zwei Minuten nach vorne, wenn ihr da noch nicht gespoilert werden möchtet, ja? Ja, stimmt, ja, der schafft es, ich verrate es jetzt einfach, der schafft es dann am Ende, dass J. Edgar Hoover persönlich, also der J. Edgar Hoover, der FBI-Direktor, der Berühmte, dann in der Sendung anruft, während die aufgenommen wird und dann vor dem Publikum sagt und vor den Leuten, es gibt nicht den geringsten Verdacht, dass Lucille Ball irgendwie Kommunistin wäre. Und dann jubeln alle so übertrieben, yay, unsere tolle Amerikanerin. Und dann endet der Film halt in der Hinsicht mit einer positiven Note. Aber natürlich werden auch die Eheprobleme der beiden, werden da thematisiert in dem Film gleichzeitig. Und ich weiß nicht, wie viel Drama das ist oder ob das wirklich gestimmt hat. Gleichzeitig findet Lucille raus, dass ihr Mann Dizzy fremd geht und am Ende von dieser Aufnahme zu dieser Episode Fred and Ethel Fight, da sagt sie dem Dizzy dann auch, das war's zwischen uns beiden. Ja, du kannst gehen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Lucille Ball wird übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, gespielt von Nicole Kidman, die ich nicht erkannt habe. Nein. Ich habe die nicht erkannt. Da kommentiere ich auch nicht weiter, aber egal. Aber sie hat sie wunderbar gespielt, ist ja eine tolle Schauspielerin, Nicole Kidman. Und was da auch so zwischen den Zeilen tatsächlich rauskam, war dieser Perfektionismus von Lucille, ihr Verständnis von Comedy, von Timing. Wir sehen auch total spannende Szenen, das fand ich spannender als diese Kommunistengeschichte und diese Ehekrise, wie sie da mit dem Writer's Room von der Sendung, das sind auch alles tolle Charaktere, wie sie da mit denen aneinander gerät, ja, um ihre Vision durchzudrücken. Es gibt so eine wunderbare Szene, es ist so ein total einfacher Gag erstmal, ja, wie Fred und Ethel, die haben sich gerade gestritten und müssen jetzt wieder zusammenkommen. Wie die sitzen an dem Tisch, wie die Szene spielen soll und sie ruft die dann wirklich so nachts zusammen, um die Szene dann nochmal zu proben, bis das wirklich sitzt. Und sie will ihren Willen durchsetzen, sie legt sich mit dem Regisseur an und so und du merkst, das ist so eine richtige perfektionistische Frau. Und dann natürlich die Spannung, die sich daraus auch ergibt mit Desi, weil sie so eine Art Chefin ist und ich meine, wir sind in den 15ern, ja, der Kerl muss ja irgendwie das Sagen haben, wenn da die Frau sagt, wo es lang geht, dann wertet das den Kerl ja wieder ab und dass da auch so eine gewisse Spannung herrscht. Und das ist einfach, ich finde das einfach so von den Dynamiken sehr, sehr gut gemacht. Ja, das, es ist, Sebastian, du hast den Film ja auch gesehen. Ja. Mich würde deine Meinung auch dazu interessieren, aber vielleicht abschließend, es ist nicht der beste Film von Aaron Sorkin, den ich gesehen habe. Ich finde, der Film hat auch Schwächen durchaus und schaltet auch nie so richtig in den zweiten Gang, ist auch ein bisschen durcheinander inszeniert. Aber er hat trotzdem ein paar sehr, sehr gute Szenen, die mir verraten, wie diese Frau war, wie Desi war, wie die anderen waren und was das für eine Atmosphäre am Set ist. Da sprichst du schon etwas an, was ich auch über den Film sagen würde. Der fährt mit angezogener Handbremse, ja. Es ist Aaron Sorkin und Aaron Sorkin ist einer meiner Lieblingsautoren. Der hat ja nicht nur eine Frage der Ehre auch gemacht mit Jack Nicholson, sondern der ist auch eine große, eine Fernseh-Koryphäe, einfach mit Sports Night, The West Wing, Studio 60 on the Sunset Strip und The Newsroom. Mag man von den letzten beiden, mag man halten, was man will. Die sind ein bisschen umstrittener als die ersten beiden, die als veritable Klassiker gelten. Aber der Aaron Sorkin ist ein Schreib- und Wort-Autoren-Genie. Vieles davon hat er sich auch herbeigekokst, muss man sagen, so um 1990, 1999, 2000 rum. Wie so viele Autoren. Da hat er, ja, muss man überlegen, der schreibt zwei Serien parallel. Eine, die dauert eine halbe Stunde, also 22 Minuten. Und die andere, die zweite Staffel von The Sports Night, davon ist jetzt die Rede. Und die andere ist die erste Staffel von The West Wing. 45 Minuten. Jeweils 22 Folgen. Läuft parallel. Und er schreibt jedes Skript selbst. 44 Drehbücher im Jahr. Andere haben einen Writer's Room, den sie sich beschäftigen. Er braucht keinen Writer's Room, denn er hat das weiße Pulver. So funktioniert Aaron Sorkin auch. Also Genie und Wahnsinn liegen da nah beinahe. Und Abhängigkeit, ja. Und wie du schon sagtest, es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Er stellt viele Sachen, die wir euch in dieser Episode hier berichten, über Lucy und Desi, ganz einfühlsam und interessant dar. Und alle von euch da draußen, die ein Gefühl für diese beiden Leute bekommen wollen, nachdem sie diese Episode hören, oder auch vielleicht während sie diese Episode hören, Den kann ich auch nur empfehlen, Being the Ricardos sich mal anzuschauen. Es sei allerdings auch gesagt, dass natürlich die historischen Wahrheiten und die eigentlichen Ereignisse, die teilweise Jahre auseinander liegen, hier, um eine dramatische Story zu erzählen, auf eine Woche verdichtet werden. Und Dichtung spielt da auch eine große Rolle. Das ist nicht historisch akkurat. Den Anspruch hat es aber auch gar nicht. Es möchte einem ein Bild vermitteln von den Eheleuten Ball und Arnaz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum heißt der Film Being the Ricardos, dann liegt das daran, dass sie in der Serie Lucy und Ricky Ricardo heißen, die beiden Charaktere. Und da kommt dann dieser Titel her. Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Es ist ein bisschen eine Romantic Comedy. Es hat aber auch teilweise sehr intensive Szenen. Gerade auch so diese Enge da in diesen Sets. Ja, und dann halt diese Angst auch vor dieser Enthüllung. Was machen die Zeitungen und so weiter? Da geht es dann auch so ein bisschen in so eine Spannung rein. Und Drama ist da auch bei. Also es ist jetzt kein Meisterwerk. Es hat Schwächen, aber danach weiß man sehr gut, wie die beiden ticken. Also dieses Happy End ist natürlich schon dann so ein bisschen okay. Ja, wenn ihr ein Meisterwerk von Aaron Sorkin sehen möchtet, dann gebt euch The Trial of the Chicago 7. Ich weiß nicht, was du von dem Film hältst. Hast du den gesehen, Simon? Ich habe den gesehen. Natürlich habe ich den gesehen. Da spielt Frank Langella mit und ich muss jeden Film mit Frank Langella sehen. Und ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr geiler Film. Ja, das kann man wohl sagen. Auch Dingenskirchen hier, wie heißt er nochmal? Der spielt da auch die Rolle seines Lebens. Na, der Borat-Darsteller. Jetzt hilf mir doch mal auf die Sprünge. Ich stehe total auf dem Schlauch. Der spielt doch in Trial. Ja, das meine ich ja. Der spielt. Achso, du meinst, dass wir den er spielt. Ja, ja, der spielt den. Wie heißt der denn nochmal? Abby Hoffman. Ja. Den Charakter Abby Hoffman spielt der. Aber wie heißt der Darsteller nochmal? Sascha Baron Cohen. Ja, genau, danke. Hast du das gerade nicht gesagt? Nein. Sascha Baron Cohen und auch Jeremy Strong, den ich auch total fantastisch spiele. Ich spiele ihn auch sehr fantastisch. Also meine beste Rolle ist die, das Jeremy Strong. Nein, den ich sehr fantastisch finde, ist der Y. Und Frank Langella spielt einen Richter, der für mich der Star ist in diesem Film. Es ist keine sympathische, überhaupt kein sympathische. Die drehe ja genau das Gegenteil. Es ist ein super Film-Bösewicht. Ja. Einfach. Ja. Ja, Aaron Sorkin, also hier, hat das Ganze verarbeitet. Und wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid um den Film, dass der zu so einer Unzeit rauskam und im Grunde ignoriert wurde. Ansonsten wüssten, glaube ich, auch viel mehr Leute, ja wahrscheinlich viel mehr, aber einige mehr, wer Lucy ist und worüber wir überhaupt sprechen hier. Ja, das stimmt schon. Aber du hast gesagt, viele Freiheiten und das, was ich erzählt habe mit J. Edgar Hoover, das sieht natürlich toll aus, wenn der in der Serie anruft und die Leute jubeln. Nein, der hat ja gar nicht in der Serie angerufen. Nee, nee, der hat das später mal irgendwo zu Protokoll gegeben und das war es dann auch. Naja. Was CBS-Sicht war, für CBS nämlich, ne? Die haben die Millionen gesehen natürlich, die die beiden einnahmen und sind dann auch 1957 mit einem Angebot um die Ecke gekommen. Und das Angebot hatte es in sich. Sie haben gesagt, pass auf, wir kaufen euch die Filmrollen ab. Wir kaufen euch alle Ausstrahlungsrechte ab. Und ihr bekommt 4,3 Millionen US-Dollar. Verteilt über mehrere Jahre. Eine Million gibt sofort auf die Faust. Diesen Deal gingen Lucy und Desi ein. Sie verkauften de facto die Rechte an I Love Lucy. Erstmal haben sie sich eine goldene Nase verdient daran und dann haben sie sich nochmal eine goldene Nase verdient daran. Wahnsinn. So ist es ja. Und wir sprechen von 1957, ja, also 4,3 Millionen Dollar in Zeiten der Milliarden-Deals, die für Star Wars oder so weiter über den Tisch gehen. Es ist 1957. 4,3 Millionen US-Dollar sind eine ganze Menge mehr wert, als sie das heute sind zu der Zeit. Also ein Bombendeal einfach, den die da bekommen haben. Aber bevor wir euch jetzt erzählen, was denn mit diesem Geld, was Desi ein Loch in die Tasche brannte, förmlich schon, was damit angestellt wurde. Erzählen wir jetzt in einem weiteren Exkurs noch ein bisschen Geschichte. Ja, also ihr müsst hier viele Puzzleteile auch zusammenfügen. Das ist auch für uns die siebte Stunde. Wir erzählen euch die Geschichte der RKO Studios, eines traditionsreichen Hollywood Studios, Simon. Was hat es damit auf sich? Ja, RKO ist nicht nur ein Finishing-Move für Wrestling-Fans von Randy Orton, sondern das RKO war eines der großen Hollywood-Studios. Die Filme von Fred Astaire und Ginger Rogers, ja, King Kong von 1933, der Film, der so viele Horror- und Fantasy-Filme beeinflusst hat. Citizen Kane von 1941, ja, Citizen fucking Kane von 1941 und dazu kommt noch, dass RKO alle frühen Disney-Klassiker vertrieben hat. Und über die Jahrzehnte, nach dieser goldenen Zeit, nach den goldenen 30ern und 40ern, war RKO in Schwierigkeiten geraten. Ende der 40er, 1948 um genau zu sein, da hat ja ein enfant terrible das Studio sich unter den Nagel gerissen. Ja, er war Pilot, Ingenieur, Regisseur, Millionär, Magnat und Sonderling. Es geht um Howard Hughes, der hat das Studio übernommen, 1948 wie gesagt, und hatte dann durch angeblich bewusste Misswirtschaft, also ein ganz schöner Vorwurf, das Studio in Schwierigkeiten gebracht. Die Historikerin Betty Lansky beschreibt das, was Howard Hughes gemacht hat, als systematische siebenjährige Vergewaltigung. Und so wechselte das dann noch ein weiteres Mal den Besitzer und die letzten Besitzer. Und allein schon daran, wie das klingt, merkt ihr schon, wie unglamourös das einstmals so glamouröse RKO-Studio war. Die letzten Besitzer waren die General Tire and Rubber Company. Und das legendäre Studio war zu dem Zeitpunkt nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, das wirkt so glamourös wie eine Pressekonferenz vor so einem Gartenausstatter. RKO stand dann 1957 zum Verkauf und kostete nur noch schlappe 6 Millionen. Und hier witterte der Desi einen großen Deal von dem frisch erhaltenen CBS-Geld. Investierten Lucy und Desi nämlich eine Million US-Dollar als Anzahlung und kauften das Studio. Von dem Tag an waren Lucy und Desi Studio-Bosse und Medien-Mogule. Es gab nicht nur geschäftlich ein Goodbye zu verkünden, sondern auch privat. Das, was wir ja schon angedeutet haben und was im Film dann auch erzählt wird, passiert im wirklichen Leben tatsächlich auch. Doch die Ehe der beiden geht ihrem Ende entgegen. Lucy sagte dazu, Der Plan war eigentlich, das neu gekaufte, weitläufige Studio dann zu vermieten. Und mit der Zeit aber auch immer mehr eigene Produktionen in Angriff zu nehmen. Aber am Ende muss man sagen, dass man sich mit dem Studio übernommen hat. Und 1960 hat das dann auch im Privatleben Spuren hinterlassen. Der Desi wurde offiziell als alkoholkrank diagnostiziert. Außerdem hatte Lucy zu dem Zeitpunkt endlich und endgültig genug von seinen ständigen extramaritalen Affären. Und was viele ahnten, aber niemand wahrhaben wollte, das passierte dann im Jahr 1960. Lucy und Desi trennten sich. Die Zusammenarbeit blieb aber weiter bestehen. Desi leitete das Studio und Lucy spielte in eigenproduzierten Sitcoms. Und auch wenn jetzt Desi nicht mehr vor der Kamera stand, betätigte er sich dann bei den Shows seiner Ex-Frau als Produzent und Regisseur. Also kreativ und geschäftlich haben die beiden nach wie vor zusammengearbeitet. Zumindest vorläufig. Denn nur zwei Jahre später, im Jahr 1962, kam der nächste Paukenschlag. Die Alkoholsucht von Desi wurde langsam aber sicher untragbar. Das heißt, Lucy kaufte ihm die Anteile des Studios ab und wurde zur alleinigen Chefin. Natürlich muss man das auch ein bisschen für die Außenwelt aufhübschen und verpacken. Eine solche Tragödie. Was haben sie denen denn erzählt, der Presse, Simon? Naja, dass der Desi halt einfach überarbeitet ist. Heute würde man wahrscheinlich Burnout sagen. Ja, also der kommt mit der Belastung nicht mehr klar. Und deswegen muss ich das hier machen. Dass da kräftig gesoffen wurde, das hatte man nicht preisgegeben. Problem an der Sache ist, also neben der Alkoholsucht von Desi, dass von nun an alles auch rapide schlimmer wurde. Denn Desi war ja der kreative Kopf. Wir haben es vorhin erzählt. Der hatte ja diese unerhört guten Geschäftsideen, die dann auch letztendlich funktioniert hatten. Und jetzt war die ganze Belastung, die ganze Arbeit bei Lucy. Sie war jetzt die alleinige Chefin. Und das Studio geriet in immer schlechteren Zustand. Außerdem hatte die Scheidung Lucy ziemlich bitter gemacht, wie das Scheidungen so an sich haben können. Eigentlich wollte sie zu dem Zeitpunkt sagen, ich gehe weg aus Hollywood, ich gehe zurück nach New York. Aber sie blieb aus Pflichtgefühl. Und ich bin die Chefin, also verhalte ich mich auch wie eine Chefin. Ja, das ist ja auch, wenn man sich überlegt, dass ja eigentlich die Geburt von We Love Lucy oder die Idee zu We Love Lucy war ja eigentlich, dass sie ihre Ehe retten wollte. Das war ja das, was das angetrieben hat. Und das Ganze ist dann letztendlich trotz dieser ganzen Mühen und auch dieses Erfolgs, den man hatte, ist gescheitert. Und klar ist das ein fieser Schlag in die Magengrube. Kann ich verstehen, dass sie das sehr mitgenommen hat. Ja, absolut. Kolleginnen und Kolleginnen und Kolleginnen, habe ich jetzt gesagt. Und Kollegen. Und Kollegen. Also ihr Umfeld berichtete, dass sich Lucy von nun an eine Art Mantel aus Bitterkeit überstreifte, der all ihr Handeln beeinflussen sollte. Ja, sie ging wieder mit eigenen Sitcoms ins Fernsehen, spielte da auch die Hauptrolle. Aber sie war dann schon merklich gezeichnet von der Scheidung, von diesem ganzen Drama. Und ihre Konzentration ließ nach und oft wirkte sie freudlos. Also keine guten Voraussetzungen für die Dizzilus Studios. Nein, das sah aber CBS. Wir erinnern uns daran, CBS war das Fernsehstudio, oder besser gesagt der Fernsehsender, für den I Love Lucy Millionen generierte. Das war die absolute Geldmaschine. Immer noch in der Wiederholung, selbst wenn die Eheleute längst getrennt waren. Außerdem war Lucy persönlich sehr, sehr gut befreundet mit ihrem Kumpel William. Und ihr Kumpel William ist das hohe CBS-Tier William Paley. Und dem war natürlich viel daran gelegen, dass es seinem Star, seiner Lucy, gut ging. Immer gut ging. Ja, Paley brachte das auf den Punkt, indem er gesagt hat, ein Lucy-Problem ist auch ein CBS-Problem. Und deswegen bekam Dizzilu so eine Art Entwicklungsbeihilfe. Ja, also die wurden unterstützt. Es gab Geld, etwa 500.000 US-Dollar pro Jahr. Und CBS schickte dann auch personelle Unterstützung, nämlich Oscar Katz. Der war dann Entwicklungshelfer, sozusagen. Und dessen rechte Hand, und Achtung, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, Herb Solo kam mit an Bord. Ja, Herb Solo. Da klingeln die Star Trek-Glocken. Also keine Angst, liebe Star Trek-Fans da draußen. Bald sind wir auch mal da angekommen, wofür wir euch erzählen, was das Ganze mit Zahn... Alles ist wichtig. Die ist wirklich wichtig. Alles, was wir bisher erzählt haben, spielt da rein. Der Auftrag von Oscar Katz und Herb Solo war, haltet den Laden, die Studios, am Laufen. Angelt euch neue und erfolgreiche Shows, um das hinzubekommen. So ist es. Natürlich war da jetzt nicht die Wohlfahrt, Mutter des Gedankens, ja. Sondern man wollte aus den Dizzilu Studios auch so eine sendereigene Serienentwicklungsschmiede machen. Ja, deswegen, diese Unterstützung war nicht uneigennützig. Oscar Katz. Sebastian ist auch so ein Hollywood-Name, oder? Oscar Katz. Der klingt nach Hollywood-Studio und Film und so weiter. Kannst du nichts anderes machen, wenn du so heißt. Du musst das machen, ja. Der bekam dann das ehemalige Büro von Desi. Dieses Büro stand seit dem Anteilsabkauf von Lucy leer. Und sie hat auch gesagt, das ist das Büro meines Mannes. Das darf niemand sonst benutzen. Und jetzt ist es schon irgendwie eine erstaunliche Geste oder aber vielleicht auch ein weiteres Zeichen von Lucys Verzweiflung, dass sie gesagt hat, na komm, irgendwer muss da einziehen. Und wenn es derjenige ist, der diesen Kahn hier vom Untergehen retten soll. Herb Solo beschreibt das so, als wir ankamen, war das Studio tot. Und es war nicht einmal ein Schrotthaufen, denn es war nichts mehr da, was Schrott hätte sein können. Also ein völlig desolater Zustand, der hier beschrieben wird. Desi und die meisten Shows waren weg. Das Image im Eimer. Und dann war da natürlich diese Lucille, die da noch durch die Hallen geistete, kann man fast schon sagen. Und über sie sagt Herb Solo, ich hatte es eigentlich mit drei Lucys zu tun. Die eine, das war Lucy Ricardo, also der Name ihres Sitcom-Charakters. Und das war die Ulknudel. Lucy Nummer zwei, das war Lucille Ball, die Präsidentin der Desilu Studios. Für sie war es sehr wichtig, dass sie nach außen hin präsidial und als Geschäftsrau inszeniert wurde. Und was war die dritte Lucy, Simon, die Herb Solo beschreibt? Ja, das war die kreative Lucy sozusagen. Die wollte eigentlich nur in Ruhe Sitcoms produzieren und die einfach am glücklichsten ist, wenn sie auf ihrer Soundstage an einer Show arbeitet, ohne sich ja um präsidiale, in Klammern geschäftliche Dinge kümmern zu müssen. Und das ist auch das, was der Film, glaube ich, ganz gut zeigt. Da ist sie am leidenschaftlichsten, wenn es halt darum geht, ja, einfach ein gutes Produkt herzustellen, ein gutes Fernsehen zu machen. Und es war dann auch öfters die Redefolge richtig von einer Fernsehmogulin, denn das war sie. Aber wie der Willen. Jetzt werfe ich mal einen Namen in die Runde. Da werdet ihr alle die Lauscher aufstellen. Gene Roddenberry. Da ist er endlich. Gene Roddenberry. Lang genug habt ihr darauf gewartet. Der hatte so eine Idee von so einer komischen Science-Fiction-Serie, die so ein bisschen ist wie die Küstenwache und so, nannte sich Star Trek. Und damit war er unterwegs in Hollywood und hat schon überall die Klinken geputzt, Simon. Und was ist passiert? Ja, die haben alle gesagt, sag mal, du tickst ja nicht ganz sauber. Ja, verzieh dich mit deinem Quatsch. Irgendwann aber ist er bei Herb Solo gelandet, bei Dizzilu. Und da hat er eben Star Trek gepitcht. Und Gene hatte hier großes Glück, denn der Umgang bei Dizzilu war sehr informell, Sebastian. Wie ist denn das, wenn man bei einem großen Sender was pitchen will in den 50ern? Oh, dann ziehst du dich fein an, besuchst den großen Sender, hast einen Termin, der ist höchstens eine Stunde lang, weil gleich kommt auch noch, weiß ich nicht, Irving Allen und will uns auch noch irgendwas vorschlagen. Also machen Sie doch mal bitte schnell, Herr Roddenberry. Und man sitzt dann in einer sehr kalten Atmosphäre gegenüber einer Ansammlung von sehr gestrengen Senderbossen, die einen alle mustern. Aber so sah es ja gerade bei Dizzilu nicht aus. Ja, und irgendwie passenderweise saß man da in dieses ehemaligen sehr prunkvollen Büro. Also ihr müsst euch vorstellen, Mahagoni, Kamin, Badezimmer nebenan, ja, schwere Teppiche und Sessel und Humidore und all sowas. Da saßen die dann, nämlich der Cats, der Solo und der Roddenberry, stundenlang rum, laberten, lachten, ließen sich ordentlich volllaufen, rauchten, dass sich die Balken bogen und sponnen und entwickelten einfach Ideen. Also es war eine sehr lockere Runde, die da saß. Eigentlich die beste Atmosphäre, um kreativ zu sein. Kann ich auch aus eigener Erfahrung so bestätigen, weil auch Check am Dienstag ist ja in der Kneipe entstanden oder in einem Restaurant besser gesagt, wo es sehr gemütlich war gerade. Heute treffen wir uns immer in unserem Mahagoni getäfelten Büro mit Kamin und Badezimmer. Ja, ja, und dann trinken wir fein Gognac. Ja, Unsinn, ja, aber schöner Unsinn. Ja, also jetzt war es ja nun mal so, dass das nicht der einzige, also diese schöne, angenehme, warme Arbeitsatmosphäre wäre ja nicht der einzige Vorzug, den die Desilio Studios boten. Denn die waren ja auch so eine Art Puffer zwischen einem Roddenberry und einem Sender. Warum, Simon? Ja, Herb Solo hat das auch wieder unvergleichlich auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, es ist ganz gut, dass der Gene Roddenberry nicht wie sonst in vorderster Front steht. Denn Gene Roddenberry, dieses Riesenbaby, kann man in einen maßgeschneiderten Anzug stecken. Nach zwei Minuten sieht er völlig ausgebeult aus. Und das trifft sich irgendwie richtig gut. Ja, das passt einfach nicht zu dem. Diese Businessnummer, ja, das ist halt eine Labertasche, ein Träumer, ein Säufer auch und ein Partyman und was weiß ich alles. Aber das ist nicht so ein Anzugshainz. Ist er nicht, ist er einfach nicht. Und deswegen wurde dieser Pitchjob, also sich in feine Anzüge zu schmeißen und zu den Sendern zu fahren, den übernahmen Cats und Solo sozusagen als Mittelsmänner, nachdem man sich zuvor in Ruhe und mit viel Brandy und mit viel Zigarren in Desis altem Büro eine gemeinsame Strategie überlegt hatte. Wie bekommen wir Star Trek an den Mann? Zuerst ging man zu CBS. Ist ja klar, die hatten eine enge Beziehung zu Desilu, ne? Klar, also Cats und Solo sind dahin. Haben gesagt, guck mal hier, Star Trek, habt ihr Interesse? Nein, war die Antwort. Denn wir haben bereits Lost in Space von Fox ins Programm genommen und wir haben jetzt, unser Bedarf an Science Fiction ist gedeckt. Wohl aber deren Rivale NBC. Was ein kleines Wunder ist, denn NBC, dass die überhaupt Interesse an einer Desilu-Produktion zeigten, ist ein Wunder. Denn normalerweise hieß es in Hollywood, bei Desilu, da sitzt der Cats, der wurde dort von CBS installiert. Das heißt, wenn die zu euch kommen und ihr heißt nicht CBS und sie wollen euch eine Serie verkaufen, dann handelt es sich dabei um Reste-Rampe-B-Ware. Das ist irgendwas, da hat CBS das Erstkaufsrecht schon ausgeschlagen. Das wurde von denen schon mal abgelehnt. Und durch den Verkauf der Star Trek-Senderechte an NBC stand das erste Problem im Raum. Denn, wir erinnern uns, es gab ja zwischen dem CBS-Verantwortlichen William Paley, diesem hohen Tier, und eben der Lucille Ball, gab es ja eine gute freundschaftliche Beziehung. Wenn man jetzt aber Star Trek an NBC verkauft, gibt es da keinen Gönner, der da in der Chefetage sitzt. Das heißt, das nützt schon mal gar nichts. Außerdem, und das ist eine wunderbare Anekdote, war da ja der Lucille Ball, als sie Star Trek irgendwie abgenickt hat und gesagt hat, ja, können wir bei mir schon machen im Studio. Ihr war gar nicht so richtig klar, worum es dabei überhaupt geht, Simon. Wie verlief denn diese eine legendäre Diskussion in der Vorstandsetage mit ihr? Sollen wir die mal mit verteilten Rollen spielen? Ja, sehr, sehr gerne. Möchtest du Lucy sein? Ich bin Lucy. Ja, ich bin Lucy. Pass auf. Ich frage jetzt mal als Lucy, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Südseeserie? Was für eine Südseeserie? Na, diese Serie in der Südsee, die wir machen wollen. Wir wollen keine Serie in der Südsee machen. Na, diese Serie, wo Stars im Auftrag der USO umherreisen und die Militärtruppen in der Südsee bespaßen. Eben dieses, 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 dieses Star Trek. Ja, also bei Lucy war das Konzept nicht ganz angekommen. Sie saß eben nicht mit den Herrschaften im Raucherzimmer und hat sich da vollquatschen lassen und dazu schön betrunken. Nö, für die war das mal irgendwie was da. Ja, die Stars gehen auf eine Reise. Star Trek, ne? Lustig eigentlich. Es gibt noch ein anderes Problem an Star Trek. Denn Star Trek war eine teure Show. Ja, das wird ja heute oft anders behauptet. Ja, guck dir mal diese billigen Pappmaché-Kulissen an. Von wegen Bügeleisen im Weltraum. Sebastian, das Budget betrug ordentlich pro Folge. 193.000 US-Dollar. Das musste sich Lucy auch erst mal von Herb Solo vorrechnen lassen. Und jetzt machen wir noch mal so einen Dialog. Simon, ich bin Lucy, du bist Herb Solo, okay? Herb, wird Star Trek eine teure Show? Ja. Wird sie für uns teurer als das, was NBC uns dafür bezahlt? Oh ja. Na gut, aber mit Blick auf die Wiederholungsrechte in Syndication machen wir das dann trotzdem. Wahnsinn. Schon, ja. Sie hat's durchgepeitscht, ne? Also wenn sie an der Stelle gesagt hätte, wir lassen diesen Südsee-Ufo-Quatsch, ja, dann wäre Star Trek nicht erschienen. Weil wir erinnern uns, der Kollege Roddenberry hat ja schon eine Abfuhr gekriegt von vielen anderen Sendern. Und es ist äußerst zweifelhaft, dass er das Ding anderswo untergebracht hätte. Es ist nicht unmöglich, aber es ist zweifelhaft. Ja. Lucy beriet sich dann mit Ed Holly. Das ist einem ihrer engsten Vertrauten und Desilu-Urgestein. Und Holly sagte sinngemäß, wir können keinesfalls die Pilotfilme von Star Trek und Mission Impossible, ja? Ja, Cobra übernehmen sie, auf Deutsch, ja, produzieren, ganz zu schweigen von den eigentlichen Serien. Wenn wir die nicht verkauft bekommen, sitzen wir auf den Kosten und dann ist hier Sense. Dann gehen die Lichter aus und der ganze Kram ist pleite. Daraufhin dachte Lucy kurz nach und sagte, nein, ich will den Pilotfilm machen. Ich will den Star Trek Pilotfilm machen. Ich will den Mission Impossible Pilotfilm machen. Denn ihre Argumentation war, wenn wir als Studio überleben wollen, dann brauchen wir einen großen Erfolg zur Primetime. Und um das zu erzielen, setzte sie alles auf die Karte namens Star Trek. Bam, da habt ihr es. Dass Star Trek existiert, ist ein Pokerspiel von Lucille Ball. Und damit, mit diesem Machtwort, stand dann auch fest, dass eben der erste Pilotfilm The Cage gedreht wurde. Lucy hatte Star Trek also gerettet, bevor es überhaupt losgegangen war. War das ja schon die erste Rettung und sollte nicht das letzte Mal bleiben. Und bei Desilu intern, da ging ja das Geschnatter los, schon in den Küchen. Ja, man unterhielt sich, hat denn die Lucy überhaupt das Geld, um diese Show Star Trek dauerhaft zu produzieren? Ja, so genau wissen wir das selbst nicht. Aber CBS gegenüber haben wir behauptet, ja. Uff. Also man merkt auch, klar, die haben Star Trek produziert. Das ist cool, dass sie Star Trek produziert haben und ihnen haben wir das auch zu verdanken. Aber der Karren quietschte und eierte, ne? Naja, vor allen Dingen ist er ja erstmal auch schön gegen die Wand gefahren. Das Ganze endete ja mit so einer kleinen Katastrophe. Denn der erste Pilotfilm, das wisst ihr alle da draußen natürlich, The Cage, der wurde ja vom Sender als zu intellektuell abgelehnt. Für den hatte NBC zwar bezahlt, das heißt, Desilu blieb nicht auf den Kosten für die Produktion von The Cage sitzen, auch wenn er nicht ausgestrahlt wurde. Aber es bedeutete auch erstmal Produktionsstopp für Star Trek. So lange, bis die Idee eines zweiten Pilotfilms ins Spiel gebracht wurde. Was für eine verrückte Idee. Schlechtem Geld noch Gutes hinterher schmeißen, ja? Ja, und jetzt kommt der absolute Hammer, finde ich. Weil auch das habe ich vorher nicht gewusst. Über Jahre hieß es immer, NBC habe sich beispiellos verhalten, ne? Die haben bis dato nie einen zweiten Pilotfilm gekauft, aber die Idee von Star Trek fanden sie so toll. Da haben sie gesagt, nee, wir machen nur einen zweiten Pilotfilm. Sebastian, kannst du bitte damit mal ein bisschen aufräumen? Das stimmt nur halb. Denn NBC trug nicht die alleinige finanzielle Verantwortung an diesem zweiten Pilotfilm. Lucille Ball glaubte so sehr an Star Trek, wollte diesen Erfolg um Teufel komm raus haben. So, dass sie sagte, ich trage einen beträchtlichen Teil der Kosten für Where No Man Has Gone Before auf eigenes Risiko. Das nehme ich auf meine Kappe. Wir machen einen zweiten Pilotfilm. Wow. Wow, krass, ja. Ohne Lucille Ball würden wir beide hier jetzt nicht sitzen und einen Star Trek Podcast machen. Ja. Weil hätte sie diesen Film nicht finanziert, hätte NBC durchaus sagen können, das war schön mit euch, aber nochmal, zahlen wir jetzt nicht die gesamte Kohle für das Ding. Komm, mach mal hier Mission Impossible, gucken wir uns an, das ist irgendwie besser. Joseph Sorokin ist der Sound Editor gewesen bei Desilu zu der Zeit, der sprach zu diesem Zeitpunkt eines Abends auf dem Studiogelände mit Gene Roddenberry. Und der hat ja auch was Schönes gesagt zu dem Thema. Gene sagte, ich muss mir in Stimmung bringen, das ist Gene. Joe, I'm either going to make Desilu or break Desilu. Also entweder werde ich dieses Studio berühmt machen oder es zerstören mit meinen Eskapaden hier, mit meinen Star Trek Eskapaden. Das Problem war, dass bei Desilu noch viele von der alten Garde arbeiteten, zu denen auch der zuvor erwähnte, enge vertraute Ed Holly zählte. Und während eben Herb Solo die Produktion von Star Trek vorantrieb, ja, da gab es dann diese Althergebrachten in der Firma, die wollten das nicht, Sebastian. Ja, die haben aktiv gegen diese teure Sci-Fi-Produktion gearbeitet, die sie doch alle ruinieren würde, wenn das so weitergeht. Deswegen legten tatsächlich Leute, die im Studio waren, also interne Leute, legten Star Trek, Herb Solo und Gene Roddenberry, also den Leuten, die es gemacht haben, so viele Steine wie möglich in den Weg. Und jammerten Lucille Ball die Ohren voll. Lucille, hör doch mal bitte auf damit, komm zur Vernunft, trenn dich von diesem sündhaft teuren Ding namens Star Trek. Das wird uns umbringen. So ist es, es gab aber noch nicht genug Rückhalt für die Meuterei auf der Bounty, sozusagen. Die waren einfach noch nicht so weit, diese alte Garde, dass sie sich mit ihrer Chefin anlegen konnten oder wollten. Und als Lucille Ball dann auch ein Machtwort gesprochen hat, ich möchte um jeden Preis diesen Primetime-Hit, den ich mir erhoffe, dann wurde da auch nicht mehr diskutiert. Da haben wir es, ja. Mehrfach ging sie in Vorleistung, mehrfach war sie davon überzeugt, dass sie Star Trek haben möchte, dass sie diesen Primetime-Erfolg haben möchte. Simon, ich frage dich jetzt mal, wir beide kennen ja die Lucille Ball nur aus Büchern oder aus diesem Film oder vom Hörensagen. Ist Star Trek vielleicht das Resultat auch einer Verzweiflungstat, eines Blaze of Glory, eines Last Hurrah? Ja, ich möchte nicht gently into that good, good night einfach gehen. Oder war das doch vernünftiger, als es mir jetzt erscheint, wenn ich all das so zusammentrage? Naja, es ist schwierig, schwierig zu sehen, weil wenn du mich so fragst, so eine Risikobewertung, die scheint mir eher gegen Star Trek zu sprechen. Eben weil die Kosten so extrem hoch sind, weil der erste Pilotfilm gescheitert ist. Ja gut, auf der anderen Seite hat das halt einen Gene Roddenberry, der ja schon Erfahrung hatte, der so Sachen wie The Lieutenant gemacht hat, die ja auch wirklich gutes Fernsehen waren, der konnte all sowas produzieren. Tja. Ich weiß nicht, ob es auch so viele Alternativen gab, also deswegen vielleicht ist das auch so, jetzt haben wir da schon so viel investiert in dieses Dingen, ja, jetzt haben wir das ready to go. Wahrscheinlich ging es auch darum, wir brauchen jetzt auch Erfolge, also wir brauchen Kohle, da muss jetzt irgendwas passieren. Ich denke, es war so eine Mischung, es war so eine Mischung aus, naja, die Alternativen fehlen und ich hoffe sehr, dass das was wird. Ja, das klingt sehr, sehr plausibel, was du da umreißt, dem würde ich mich anschließen. Jetzt waren wir also in der Produktion von Star Trek angelangt, Simon. Nach dem zweiten Pilotfilm, Where No Man Has Gone Before, lief die Produktion der ersten Staffel, The Original Series, so hieß es damals noch nicht, geregelt an. Genau, und am Tag nach der Ausstrahlung der ersten Folge The Man Trap, das ist das mit dem Salzmonster und auch die erste Trek am Dienstag Folge, erste Besprechung von Trek am Dienstag, kam ein Memo von Lucille Ball und da hat sie was gesagt, Sebastian. Lieber Gene und all ihr anderen hart arbeitenden Leute, ich habe die guten Nachrichten, in Klammern über die recht erfreuliche Einschaltquote, vernommen und möchte euch wissen lassen, dass ich froh und stolz auf euch bin. Es sieht so aus, als hättet ihr einen Hit produziert und ich weiß all eure Anstrengungen sehr zu schätzen. In Liebe, Lucy. Ja, klingt ja nach einem super Verhältnis zu Gene Roddenberry, aber ein kleiner Funfact am Rande, in der Gene Roddenberrys ausschweifende Partys, der Drogenkonsum und die vielen Frauengeschichten, in Klammern, wir berichteten in unserem Special, unserem dreiteiligen über Gene, waren der im zunehmenden Alter prüden Lucille Ball ein Dorn im Auge, ja, man duldete sich gegenseitig, aber es gab keine Liebe zwischen diesen beiden Leuten. Lucille Ball hingegen versuchte ständig ihren zweiten Ehemann, der auch als Taugenichts verschrien war, den Gary Morton als Produzenten bei Star Trek zu installieren. Das ist lustig, der war auch in Hollywood weithin bekannt als ein chronisch nutzloser Typ und deswegen hat Herb Solo sich erfolgreich lange Zeit dagegen zur Wehr gesetzt, dass der Olle von Lucille dann da auch noch ein, weiß ich nicht, Geld und Sauerstoff und hinterher noch mitreden darf. Oh je, nee, bloß nicht. Och, Gary ist wieder da. Ja, genau. Viele, viele Jahre später, in den 80ern liefen sich dann Lucy und Herb nochmal über den Weg und sie sprachen dann auch direkt drauf an. Von meinem Mann hast du nie viel gehalten, oder? Sehr lustig eigentlich. Ja. Ja, aber jetzt wird es traurig, ne? Ja, die dunklen Wolken da am Horizont. Ich glaube, ihr könnt das gut raushören aus unserem Bericht. Das sieht eigentlich nicht gut aus für Desilu, trotz des vermeintlichen Hits. Denn die andauernde Produktion von Star Trek und auch von Mission Impossible fraß ein immer größer werdendes Loch in die Kriegskasse der angeschlagenen Desilu Studios. Und in der Tat war Star Trek das größere Problem der beiden. Ja, und zwar nicht wegen den Kosten, nicht weil die Serie irgendwie teurer war, aber CBS zahlte eben für Mission Impossible mehr Geld als NBC für Star Trek. Da war der Deal einfach nicht so gut. Man hat halt nicht so viel Geld verdient und dementsprechend auch nicht so viel Profit am Ende gehabt. Und das wirkte sich dann auch auf die Produktion der Serien aus. Ja, bei Mission Impossible ging man mit dem Budget viel laxer um. Konnte man gern mal ein bisschen überziehen und ausreizen. Es wurden einfach keine Daumenschrauben angelegt, weil ja durch den Geldhahn von CBS relativ viel reinkam. Und das, obwohl der Produzent von Mission Impossible, Bruce Geller, als genauso schwierig galt, als genauso ein Enfant terrible galt wie Gene Roddenberry. Einfach weil sein Ding mehr Kohle bringt, war es so, dass der Bruce Geller in Hollywood gut gelitten war. Und Gene war immer so ein bisschen der Prügelknabe, unser Gene Roddenberry. Naja, und in Desilu Studios ging es dann auch immer schlechter. Nicht nur Star Trek und Mission Impossible sorgten eben für diese laufenden Kosten. Auch Shows, die schon lange abgedreht waren und mittlerweile in Syndication liefen, hatten trotz mehrfacher Wiederholungen immer noch nicht ihre ursprünglichen Kosten wieder reingeholt. Denn das ist natürlich in der Geschichte von Desilu immer auch eine Investition in die Zukunft gewesen. Wir geben Geld aus und hoffen, dass die Wiederholungen die Kohle dann doppelt und dreifach reinholen, wie das eben bei We Love Lucy der Fall gewesen war. Und so konnte man 1966, 67 Desilu dabei zusehen, wie sie finanziell ausbluteten. Anders kann man das nicht nennen. Produktion, Produktion, Produktion und am anderen Ende kommt einfach nicht genug rein. Das führte dann wozu, Simon? Im Februar 1967 kündigte Gulf & Western, den Namen kennt man noch aus alten Paramount-Film-Logos, Paramount und Gulf & Western Company. Die kündigten an, dass sie die angeschlagenen Desilu Studios für eine Kaufsumme von schlappen, kann man sagen, 17 Millionen kaufen wollen. Und das wurde dann am 27. Juli 1967 auch gemacht. Da wurde der Deal unterzeichnet. Es ging ein weiteres Memo von Lucy an alle Mitarbeitenden, kürzer als das Star Trek Memo. Darin stand, ich habe das Studio verkauft. Danke für alles, in Liebe Lucy. Lucys Tochter Lucy, damals 15 Jahre alt, erinnert sich daran noch und sagt, meine Mutter hatte Tränen in den Augen. Es fühlte sich an, als wäre der Lieblingsspielplatz meiner Kindheit abgebrannt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, dieses Studio mit diesen Sets, auch mit diesen verrückten Sets teilweise bei Mission Impossible und Star Trek. Das ist natürlich für ein Kind super wahrscheinlich. Ja, da waren Mama und Papa noch zum letzten Mal glücklich, weißt du? Da habe ich sie zum letzten Mal so gesehen, wie sie eigentlich sein wollten. Und dann ist das jetzt so geendet. Aber auch nicht nur die Lucy war erst mal unglücklich, sondern auch tatsächlich die frischgebackenen Inhaber der Studios waren gar nicht so begeistert von dem Deal. Und dachten, was haben wir da eigentlich für einen Scheiß gekauft, ne? Ja, Charles Bluedorn, das ist der Boss gewesen von Girlfriend Western, der hat dann bei Ed Holley von Desilu angerufen und gesagt, sag mal, hör mal, ja? Was hast du mir da eigentlich verkauft? Wir bei Girlfriend Western kommen ins Armenhaus. Und Ed Holley antwortete, Charlie, du schaust wahrscheinlich auf diese beiden besonders teuren Shows Star Trek und Mission Impossible. Diese beiden Shows kosten genauso viel, wie wir dir vorhergesagt haben. Also tu nicht so. Du und deine Leute, ihr habt unterschrieben. Ihr habt Desilu Studios gekauft. Halten wir für einen kurzen Moment inne, Sebastian, und denken jetzt mal an die Zukunft sowohl von Star Trek als auch Mission Impossible. Weißt du schon, diese beiden fürchterlich teuren Serien, die den Kauf von Desilu 1967 schrecklich unattraktiv erscheinen ließen. Heute beides Franchises, beides Entertainment-Moloche, beides die Lizenz zum Golddrucken, zum Gelddrucken. Monster, ja, du sagst es, es ist krass. Ja, man erlebt die Geschichte immer nur im Moment. Und es sind die Jahrzehnte, die daraus folgen, die dann Dinge erstaunlich erscheinen lassen, ja? Also, dass man diese beiden Sachen als ganz, ganz große, ja fast wie so ein Eisenball am Fuß eines Gefängnisinsassen angesehen hat, ja? So ist das, ja. Aber die Frage ist, wäre man damals einer der Verantwortlichen gewesen, keine Ahnung, du bist der Finanzchef von Gulf & Western und guckst dir halt diese Star Trek Serie an, findest dich vielleicht sogar gut. Und, aber dann die Brücke zu schlagen und zu sagen, dass wir im Jahre 2022 über den Kram noch sprechen, intensiv sprechen, dass es da neue Serien gibt. Da musst du schon, vielleicht hätte es ja Desi gemacht, wenn der nicht so abgestürzt wäre, ja, der hatte ja diesen Wahnsinnsriecher. Vielleicht hätte der das vorausgesehen, aber der war ja schon lange nicht mehr an Ort und Stelle. Kleine Randnotiz, bereits im Jahr 1966, also im Vorjahr, da hatte Gulf & Western die ebenfalls in Schwierigkeiten geratenen Paramount Studios gekauft. Diese beiden Einkäufe wurden miteinander verschmolzen. Und so kommt es, dass Star Trek heute Paramount und CBS gehört und dass die Studios von Paramount Television auf historischem RKO-Studio-Boden stehen, wo viele Soundstages und Bürogebäude bereits über 90 Jahre alt sind. Da spukt es bestimmt. Teilweise fliegt Fred Astaire rum und so. Es gibt ein Buch von Spuk-Geschichten auf dem Paramount-Gelände, ja, ja. Irgendwann hole ich mir das mal. Vielleicht machen wir da auch mal eine lustige Folge draus. Für Halloween oder so. Das ist zumindest die Geschichte von Star Trek und Desilu in diesem Zusammenhang. Aber natürlich wollen wir auch noch das Ende von Lucy und Desi beleuchten und da einfach mal so die letzten Stationen besprechen, Sebastian. Ja, eine von Lucille Balls letzten Fernsehrollen war die einer Obdachlosen in dem 1985er Fernsehfilm-Drama The Stone Pillow. Eine für die Ulknudel ungewöhnlich ernste Rolle. Aber auch irgendwie Meta, würde man heute sagen. Und tragisch, Simon. Warum? Ihr erster Satz, als sie aus einem Bett aus grünen Plastikmüllbeuteln aufsteht, war Ja, und die Geschichte endet auch, ja, tragisch, aber vielleicht auch irgendwie schön. Weiß ich nicht so genau. Denn der Desi lag dann Ende 86, 1986 im Sterben. Und da führte dann die Tochter, nämlich Lucy, ihre beiden Eltern zusammen. Und gemeinsam sahen sie sich dann im Krankenhauszimmer alte VHS-Aufnahmen von I Love Lucy an. Und da fühlten sie dann noch einmal eine alte Verbundenheit. Und ein paar Tage später hat Lucy noch ein letztes Mal mit ihrem Desi telefoniert und dort bekräftigte sie dreimal am Telefon, Desi, I love you. I love you. I love you, Desi. Mein Gott, das geht doch ans Herz, Simon. Das geht auf jeden Fall ans Herz, ja. Ja, das ist halt, es ist eine interessante Beziehung, die unter anderen Umständen vielleicht außerhalb von diesem Hollywood-Theater und von diesem Showbiz-Life, den die beiden hatten, vielleicht super funktioniert hätte, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, die beiden hatten was Besonderes miteinander, aber man sieht das ja nicht. Wie toxisch das tatsächlich vielleicht sogar auch war, diese Beziehung, die die beiden hatten. Wir wissen es nicht genau. Aber schön, dass sie sich am Ende nochmal quasi, dass man im Guten sozusagen auseinandergegangen ist. Im April 1989 dann, also gar nicht so lange nachdem Desi starb, auch die Lucy und wurde 77 Jahre alt. Ja, fassen wir mal ein bisschen zusammen und blicken auf all das, was wir euch heute erzählt haben. Das Ende war jetzt tragisch. Und auch was mit diesem Studio passiert ist, war tragisch. Also eigentlich, wir haben euch so eine typische Hollywood-Story erzählt. In der ersten Hälfte unserer Geschichte heute ging es steil bergauf und dann ging es steil bergab. Ohne einander hätten Lucy und Desi aber niemals diese höchsten Höhen erklommen, von denen wir euch in der ersten Hälfte der Sendung berichtet haben. Denn sie waren einfach nur irre erfolgreich, als sie zusammen waren, ja. Sie haben ja auch in Liebe und Leidenschaft füreinander gebrannt. Sie haben ein Imperium aufgebaut und sie haben ganz nebenbei auch noch das Fernsehen und wie es gemacht wird, revolutioniert. Ja, und am Ende ist trotzdem alles zerbrochen. Aber auf den letzten Metern haben sie noch Star Trek möglich gemacht. Und es ist kaum vorstellbar, was gewesen wäre, wenn der finanzielle Atem der Desilo Studios noch ein paar Jahre länger gereicht hätte, Sebastian. Ja, denn in den 70er Jahren war es ja so, dass Star Trek ein Syndication-Hit war. Es lief nachmittags an Wochentagen und die Schulkinder kamen nach Hause und alle haben sich Star Trek geguckt. Genauso wie wir das auf Sat.1 gemacht haben in den Mitte der 90er Jahre. Und diese Syndication-Wiederholungen haben hinterher nachträglich Star Trek zu einer wirklichen wahnsinnigen Cash-Cow gemacht. Und da gab es Abermillionen, die dort geerntet wurden. Und wenn dieses Geld auf die Konten von Desilo Studios geflossen wäre, dann wäre das Studio saniert gewesen. So aber floss das gesamte Geld des späten Erfolgs auf die Konten von Gulf & Western-Paramount. Daraus ergibt sich natürlich eine spannende Frage. Muss Star Trek ein Long Game sein? Ist es eine defizitäre Veranstaltung, für die man jetzt erstmal heute in die rote Zahlen gehen muss, um in zehn Jahren oder noch später Abermillionen zu ernten? Interessante Frage, Sebastian. Ja, und diese und weitere Fragen, die so in diesem, sag ich mal, medienteoretischen Bereich abdriften. Ich glaube, das würde ich gerne im nächsten Track am Freitag in einem viel weniger recherchierten und viel, tja, ich sag mal, kontroverseren Gespräch, Simon, mit dir mal ausloten. Wärst du da mit mir einverstanden, da mal so einen Ausblick zu geben? Und auf jeden Fall bin ich damit nicht nur einverstanden, sondern ich freue mich da sogar sehr drauf, mit dir da so ein bisschen Gedanken auszutauschen. Ich meine, bei uns, das ist ja auch so wie Dizzy und Lucy, da ist ja auch die Spannung im Raum und da kriegen wir ein gutes Gespräch hin. Das glaube ich auch. Also bleibt mal dran, es gibt relativ bald wahrscheinlich eine Fortsetzung, die irgendwie hier drauf aufbaut, aber doch was ganz anderes sein wird. Ja, sehr, sehr gespannt. Wir sind auch sehr gespannt. Mal schauen, was es gibt. Einen letzten Funfact haben wir noch für euch, bevor wir euch dann ins Bett schicken in die Freizeit. Genau, dann wird abgeschaltet. Als die ehemaligen RKO Studios schon längst die Heimat von Paramount Television waren, wurde in einem der Studios, die Star Trek nutzte, eine Falltür entdeckt. Und das ist natürlich immer spannend, wenn man so eine Falltür entdeckt. Wo ist sie hingeführt? In einen Keller mit mutierten Ratten oder was war da zu sehen? Nein, in dieser Falltür unter dem alten Star Trek Studio war ein Stapel alter Modelle. Darunter schöne Grüße an Markus vom E&U-Gespräch. Darunter der Brontosaurier und der Stegosaurier aus King Kong von 1933. Ein wahrer filmarchäologischer Fund, den man dort getan hat. Irre. Roch bestimmt auch ganz toll. Das ganze Zeug. Ja. Aber trotzdem. Ja, ihr Lieben, damit endet die Geschichte von Lucille Ball, von Desi Arnaz, von den Desilo Studios und auch von der turbulenten Geburt von Star Trek, die es ohne diese beiden Leute niemals gegeben hätte. Das ist ja auch quasi ein Kind, kann man sagen, von Desi und Lucy. Ja, und von Jean natürlich auch. Aber die beiden haben es dann zur Welt gebracht, sozusagen. Sie waren so die Geburtshelfer von den Dingen, kann man sagen. Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr unsere kleine Geschichtsstunde, die wir heute gemacht habt, wo es ja jede Menge Daten und Fakten gab. Wir hoffen, wir haben das für euch auch unterhaltsam genug aufbereitet, sodass ihr uns jetzt gute 100 Minuten mal zuhören wolltet. Und wir hoffen einfach, ihr habt das sehr, sehr gutieren können, was wir heute mal gemacht haben. Ja, und genau diese Recherche intensiven Themen, das ist ja unser Steckenpferd, also Dinge, die ein bisschen aufwendiger sind, wo wir mal nicht nur unter einem Stein, sondern unter fünf Steinen nachgucken und richtig Zeit investieren. Das ist das, was euch hoffentlich gefällt. Und ja, davon könnt ihr gerne mehr haben. Wir brauchen dafür natürlich ein bisschen mehr Zeit. Die könnt ihr uns ermöglichen, indem ihr uns ein wenig Unterstützung zukommen lässt. Das könnt ihr machen auf trackamdienstag.de slash unterstützen. Oder im Menü steht auch unterstützen. Da seht ihr, wie das geht. Seit neuestem sind wir ja auch auf Patreon. Es gibt ein Steady-Abo bei uns. Es gibt die gute alte Überweisung, die uns am liebsten ist. PayPal, je nachdem, was ihr da möchtet. Und unser Versprechen ist natürlich, es bleibt alles frei zu empfangen. Ja, auch wenn ihr das nicht tut. Aber wenn ihr uns entlohnen möchtet für unsere Arbeit, dann könnt ihr das da tun. Ja, und damit wäre das dann, wenn ihr uns dann noch mehr ermöglicht, ein Vorgeschmack der Dinge, die noch kommen können. Denn solche sehr, sehr intensiven, solche sehr, sehr tiefgehenden Medienthemen, da hätten wir noch einige auf der Pfanne. Aber ich muss auch sagen, das war jetzt eine ganz schöne paar Wochenenden, die da reingeflossen sind. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie euch das überhaupt gefallen hat. Ja, diese Geschichte von Lucy und Desi zu erfahren und auch fast schon so eine Art kleine, weiß ich nicht, Filmhistorien, Vorlesungen heute zu haben. Ja, das würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr von dieser Folge haltet, die ihr jetzt gerade gehört habt. Mir geht's genauso. Nutzt unser Blog, unser Kommentarsystem, hinterlasst uns fleißig Kommentare. Und wie gesagt, wenn euch das hier gefallen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch eine Bewertung hinterlassen in den diversen Podcast-Kanälen. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, lange müsst ihr nicht auf uns verzichten. Wir sind am Dienstag natürlich wieder da mit einer typischen Track am Dienstag. Ausstrahlung, Sebastian. Um was geht's? Es geht um die Deep Space Nine Episode DAX, auf Deutsch der Fall DAX. Also ihr könnt uns schon in vier Tagen wieder hören mit einer 117 Minuten und 16 Sekunden langen Folge, wie ich heute feststellen musste. Irgendwann lade ich dich mal bei Wetten, dass ein. Du kannst von jeder Track am Dienstagfolge, kannst du genau Minutenzahlen sagen. Sebastian wettet, dass er von jeder Track am Dienstagfolge... Oh Gott, ey. Und ich werde eingeladen, sag ich schon, er schafft das nicht, sag ich dann. Ja, was für eine fucking Inselbegabung. Ich wünschte mir nochmal eine andere eigentlich. Aber gut, man kann nicht alles haben. Simon, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute bei diesem munteren Streifzug durch die Geschichte der Desilu Studios dabei warst. Das war mir ein Fest. Es war mir auch ein Fest. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe jede Menge gelernt. Dinge, die ich nicht wusste vorher. Und das finde ich toll. Und ich hoffe, euch da draußen geht's genauso, was die Geschichte unseres Lieblingshobbys Star Trek anbelangt. Und wenn ihr heute Abend ein bisschen Zeit habt und ihr seid vielleicht sogar Abonnentinnen oder Abonnenten von Amazon Prime, dann guckt doch mal Being the Ricardos. Seht ihr noch ein bisschen Nicole Kidman und Javier Bardem als Lucy und Desi. Könnt ihr gleich nahtlos an diese Episode hier anknüpfen. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bleibt lustig. Wir sehen uns und hören uns viel mehr. Sehen tun wir uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Eine Trek am Dienstag 2022 Produktion.